Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie der Rest deiner Familie reagiert hat, das wird uns heute Abend erzählen Jan-Josef Lief, was ist da? Meine Damen und Herren, im Sommer 2015 kommen tausende Flüchtlinge nach Deutschland, auch nach Hamburg und keiner weiß so recht, wohin mit ihnen. Bei vier Söhnen kommt es auf einen Jungen mehr auch nicht an, denkt sich eine alleinerziehende Mutter. Oder, wenig später, zieht ein junger Mann aus Syrien bei der Familie ein, wie sich der Alltag dadurch verändert hat. Das erzählt die Hamburgerin auf einer sehr frischen Art. Wir freuen uns auf Anti-Renn-Friegländer, meine Damen und Herren. Wir fragen uns häufig, was zieht die Deutschen in ihrer Freizeit in den Hobbykeller, in den Baumarkt oder auf die Rennstrecke? Er ist diesem Thema ebenfalls nachgegangen und hat eine großartige Serie darüber gemacht. Michael Kessler! Michael Kessler! Seit sieben Jahren ist sie bei der Tagesschau, seit vier Jahren auch bei der 20-Uhr-Ausgabe. Heute ist sie mit einer ganz wichtigen Mission bei uns und unterwegs. Die wunderbare Linda Zervakis gibt uns die Ehre. Er ist eigentlich Physiker und Wissenschaftspavorittist. Aber haben Sie keine Angst, es ist trotzdem wahnsinnig lustig, wenn er darüber nachdenkt, ob Maschinen und Computer in Zukunft schlauer werden als wir, wenn es immer ist bei uns. Meine Damen und Herren, seit sie 2014 den Eurovision Song Contest gewonnen hat, ist viel passiert. Sie ist sogar in der Oper von Sydney aufgetreten. Was mehr geht ja nicht. Bald kommt sie mit großem Orchester nach Deutschland. Begrüßen Sie besonders herzlich Conchita. Und ein Arzt tut jeder Sendung gut. Bei uns gibt es Rezeptfrei, garantiert Rezeptfrei-Tipps von ganz oben. Er macht jetzt auch ein Arzt-Quiz, ein Medizin-Quiz. Und wir freuen uns, dass er bei uns ist, Dr. Johannes Wimmer. Sie haben sechs Söhne und sind seit 33 Jahren verheiratet. Besser als umgekehrt. Wie Sie es geschafft haben, auch heute noch sagen zu können, Hurra, wir liebe noch. Das erzählen Sie uns nachher. Margie Kinski und Bill Moppritsch sind bei uns. Meine Damen und Herren, heute wieder Ihr Gastgeber Hubertus Neuer Burghaus. Und Ihre wunderbare Gastgeberin Barbara Schöneberger. Mein Gott. Mein Gott. Sie sind ja schon völlig müdegeplatscht voran sein. Meine Damen und Herren, wir sind hier in einer gelösten Stimmung. Ich kann Ihnen eine wirklich absolute... Viel zu lang diese Begrüßung. Viel zu lang. Wir müssen aber jeden begrüßen, wenn wir dich nicht begrüßt hätten. Was wäre denn passiert? Ich hätte geweint. Ich weiß es, ich weiß es. Wir wollten das werden. Ich freue mich, meine Damen und Herren, dass Sie unser Gast sind, weil wir haben eine ganz besondere Runde, wie ich finde und wie Barbara auch findet. Denn, also mehr geht nicht, also das ist klar. Ich freue mich nicht nur über die Runde, ich freue mich auch, dass Sie gestern Abend vielleicht Fernsehen geguckt haben, denn der NDR hat gestern Abend in unvergleichlicher Weise ein Medium gefeiert, nämlich das Radio in einmaliger Kulisse und auch einmalig moderiert von Barbara Schöneberger, wie ich finde. Einmalig moderiert. Und viele unserer Gäste hier waren gestern Abend, sei es auf der Bühne wie Jan-Josef Liefers oder sie waren, wie ich, mit meiner Frau im Publikum und es war ein wunderschöner Abend. Das war ein sehr, sehr schöner Abend, kann man wirklich sagen. Und der war so schön, dass wir uns gedacht haben, lasst uns doch noch die Highlights nochmal zusammenschneiden und die senden wir dann direkt weg nach unserer NDR Talkshow. Also da können Sie dranbleiben, falls Sie es gestern verpasst haben. Linda hat es nicht verpasst, die war ein Publikum, weil du bist ja gleichermaßen Radio- und Fernsehmoderatorin. Was macht Radio so toll? A, dass man da ungeschminkt aufschaust. Das sagen alle, die waren Fernsehmoderatorin. Und also so in Zeiten von Social Media und so ist es einfach schön, dass da jemand ist, der zu einem spricht. Also so und man hat die Möglichkeit, seine eigenen Bilder zu sehen. Beim Fernsehen wird ja alles mitgeliefert, das ist ja immer das Kompaktpaket. Und beim Radio hat man immer noch das Gefühl, okay, eine Synapse mehr ist noch da und die muss jetzt die eigenen Bilder produzieren. Und das finde ich eigentlich immer ganz schön dabei. Also wenn man im Winter, mir ist das mal passiert, im Stau steht und es ist ganz, ganz schreckliches Wetter und schneit die verrückt und man denkt, es geht nicht mehr weiter. Und das Radio läuft und die sind so bei einem und die sagen dann auch, ne? Ja, es ist jetzt Stau, es ist auch gleich vorbei. Stau, die kommen mit Decken und ihr kriegt zu essen und zu treten. Das ist wirklich krass. Welche Sender hörst du? Konchita. Ich kann mir nie wieder sehen. Auch andere haben Eheprobleme. Konchita, erinnerst du dich, als du das erste Mal einen Song von dir, vermutlich überraschenderweise, im Radio gehört hast? Oh, das war nicht überraschenderweise. Ich habe mir die Uhr gestellt, ich wusste genau, wann ich dran bin. Denn das war so ein absurdes Gefühl, aber ein wahnsinnig schönes. Das war damals, glaube ich, ich war in einer Boyband. Wir alle machen Fehler. Ich war sehr aufgeregt, als ich dieses Lied damals im Radio lief. Dr. Wimmer, welcher Sender läuft bei einer OP im Hintergrund? Es gibt viele Ärzte, die hören dann zum relaxen Deutschlandfunk, Deutschlandradio. Ansonsten läuft ja mittlerweile nicht mehr so viel. Das ist ein bisschen verpönt, weil Oberärzte immer den falschen Musikgeschmack hatten, haben die CDs kaputt. Vielleicht Podcasts, aber das wird eigentlich nicht mehr so gern gemacht. Sehr interessant. Müssen wir mal untersuchen, ob man sich, wenn man etwas hört, dann noch besser konzentriert. Dann machen wir eine Studie, du legst dich auf den Tisch und dann erst operiere ich die eine Seite mit Radio. Die Studiehahn kenne ich schon. Das kann man ja mal ausprobieren. Das Ergebnis war wieder Schmetter. Ich finde das Schöne an Radio ist ja, es nimmt so ein bisschen, es nimmt dieses Rauschen. Also viele Leute können ja wirklich sich besser konzentrieren. Und ich habe ja auch das Glück, so eine kleine Radiokolumne jeden Samstagmorgen zu haben. Und das ist ja eine ganz andere Art, mit den Menschen zu kommunizieren. Man muss viel mehr drücken und die bei Laune halten. Das ist wie, wenn man früher so eine Kassette vorwärts gespult hat. Also das ist wirklich alles sofort da und dann ja auch weg. Das ist ja verschwunden im Äther. Wunderschön. Mir ist auf jeden Fall lieber, die Ärzte hören bei einer OP Deutschlandfunk als so ein Death Metal. Ja, klar. Das wäre schwierig. Ich habe das gehört. Ja, meine Damen und Herren, freuen Sie sich auf einen Mann, der gleichermaßen im Radio und im Fernsehen vertreten ist. Jan-Josef Lieb, was ist bei uns? Guten Abend. Sie bespielt alle Medien. Deine letzten Quoten, wir müssen es kurz besprechen, weil es wirklich inzwischen in beängstigende Höhen geht, die man eigentlich noch aus den 80ern kennt, als nur die Schwarzwaldklinik lief und alle das geguckt haben. Gehen wirklich, die explodieren. Und ihr habt, glaube ich, beim letzten Mal 14,5 Millionen Zuschauer. Achso, ja. 15,5 Millionen, ich wüsste gar nicht, dass ihr in Deutschland wohnen überhaupt. Wird dir das unheimlich? Das ist so eine abstrakte Zahl, oder? Man kann sich nicht wirklich darunter was vorstellen. Mir hat mal einer gesagt, stell dir einfach vor, jeder von denen würde dir einen Euro schicken. Oh Mann, ey. Und auf einmal hat es gesteilt. War es viel. Und ja, irgendwie bin ich irgendein Aberglaube in mir, der sagt mir, hör nicht so hin, wenn die Zahlen kommen. Und das ist nicht so wichtig. Also für mich ist wichtig, dass wir immer noch nach der Zeit, die wir das jetzt machen, das sind auch schon ein paar Jährchen, Spaß haben miteinander, dass ich mich freue, Axel wiederzusehen, Christine, Friederike und alle unsere Leute. Wir sind wirklich ein, das sieht nicht nur so aus, sondern wirklich ein ziemlich verschworener Haufen, der sich sehr mag. Und sich wirklich freut, zweimal im Jahr zusammen vor der Kamera zu stehen. Das ist auch immer eine coole Zeit. Das ist ja, glaube ich, sowieso eins der größten Privilegien unseres Berufs, dass man eigentlich fast jeden Abend nach Hause kommt oder jede Nacht und immer sagt, es war ganz toll, wir hatten ganz viel Spaß und wir haben vielleicht zusammen gespielt oder zusammen Musik gemacht. Und du kannst ja beides. Du kommst jetzt gerade häufig nach Hause und sagst, wir haben ein tolles Konzert gemacht, wir haben schöne Musik gemacht. Wird da ein Traum wahr, wirklich mit der Gitarre zu stehen und vor Menschen Musik zu machen? Ja, das muss ich ja noch nicht mal. Ich bin ja noch nicht mal darauf angewiesen, mit meiner Gitarre zu spielen oder zu zu singen, sondern ich habe eine ganz tolle Band um mich rum. Und weil wir gerade von Radio gesprochen haben, wir sind alle Radiofans, noch aus einer anderen Zeit, wo es noch dampfte aus dem Radio. Ja, klar. Und wir sind sogar so große Radiofans, dass die Band Radio Doria heißt tatsächlich. Und die spielen für mich, ist das nicht toll? Ich kann mich voll und ganz auf die Leute konzentrieren, die da gekommen sind. Und da hole ich mir ein bisschen das zurück, was durch die Dreherei verloren gegangen ist, nämlich den Kontakt zum Publikum. Ihr habt das ja hier auch. Stell dir vor, ihr werdet jetzt alle nicht da, dann würden wir, keine Ahnung, von der blauen Band sitzen. Nein, du brauchst ja die Energie. Aber es ist eben trotzdem, und es ist eben so, an manchen Abend ist es auch energetischer als an anderen. Auf jeden Fall. Und das ist immer das Zusammenspiel aus beiden. Und das Singen eines Abends ist immer sehr abhängig von der Begeisterungsfähigkeit des Publikums. Kein Druck. Kein Druck, aber das ist einfach. Ich glaube, dass es immer gut ist, auch als Jugendlicher ein Instrument zu können. Und da ist die Gitarre natürlich ganz weit vorne, glaube ich, auch in der Wahrnehmung der Frauen, oder? Also hat man die dann auch manchmal ausgepackt? Ich habe diese Erfahrung gemacht, ja. Ist das wirklich so? Weil es ist mir ehrlicherweise, muss ich sagen, und ich bin fast ein bisschen froh darum, nie passiert, dass ein Mann in meiner Gegenwart die Gitarre ausgepackt hat und für mich ein Lied spielen wollte. Hast du das gemacht? Niemals! Ich weiß auch nicht, ob ich da an mich halten könnte, weil ich würde es auch ein bisschen lustig finden. Wahrscheinlich heißt Pulitzer. Also Linda sagt auch gerade, für sie wäre es auch nicht das Richtige. Also ich werde dann so verlegen, weil man dann so, also es ist mir dann fast schon zu nah, weil es sind dann ja auch so Textpassagen, die nachher, und dann ist man so. So mit Liebe und so. Ja, hast du noch einen Leberwurstbrücken? Nein, das kann sich nicht richtig machen. Aber Linda, gibt es nicht ein Instrument, wo du sagen würdest, das hat eine gewisse Erotik, wenn ein Mann wie Jan-Josef Liefers und es schiebt dir die Haare? Nein, das ist schon, das ist schon die Gitarre, aber ich, also in dieser 1 zu 1 Situation, Ja, wir lernen uns. Musuki, muss ich jetzt natürlich sagen. Die Opa hat ja immer gesagt, lern ein Instrument, da kommst du bei den Mädels gut an. Das ist einfach so. Also vielleicht noch Klavier, ich muss sagen, als Markus Lanz Klavier gespielt hat. Da warst du, da bist du geschmolzen. Ja, das ist mit Nasenflöte, Barbara. Du wärst jemand, dir müsste man mit einer Nasenflöte kommen. Ich glaube, das wäre nicht. Ja, stimmt. Das ist aber Gott sei Dank auch noch nicht passiert. Aber ich bin ja noch jung. Das hätte man auch sensibler formulieren können, wie er lief das. Ich meine doch wegen des Humors. Ja, ja, natürlich, ich weiß. Wie hast du es gemacht? Ich meine, also du hattest die Gitarre und man muss sich ja sonst auch noch irgendwie ein bisschen unterscheiden von den anderen. Hast du auch auf ausgewählte Outfits gesetzt als Jugendlicher, um irgendwie durchzustarten, weil man musste sich ein bisschen unterscheiden? Also ich bin ja in der DDR groß geworden. Da war es mit ausgefallenen Outfits schwieriger. Aber was wir gemacht haben, wir haben einen großen Bogen gemacht um die Kaufhäuser und um die Jugendmoden und sind in Secondhand-Läden und Berufsbekleidungsgeschäfte gegangen. Und haben Malerkittel gekauft und die gebatickt. Wunderbar. Ja. Manche müssen warten, bis sie in so einem Krankenhaus in der Gerontologie oder wie das da heißt, ankommen, um zu batiken. Und ich habe das schon mit zwölf gekonnt. Das ist ja phänomenal. Super. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man sechs Jungs zu Hause hat, die lassen sich auch viel einfallen, um die Eltern auf eine schwere Probe zu stellen, was das Thema Outfits angeht. Natürlich. Sachen, wo ich bin froh, dass ich keine Töchter habe, weil die dürfen gar nicht vor die Tür. Ich meine, wie die so rumlaufen. Nein, bitte mit den Jungs. Gott sei Dank haben unsere sechs Jungs einen tollen Geschmack und die gehen in meinen Kleiderschrank, finden die toll, leihen sich meine Klamotten und von der Oma die alten Cocktailkleider. Das finden die ganz toll. Wir haben den Jüngsten, der Liam, super, der schneidet die Jacken ab, 70er Jahre Cocktailkleider, zack, und hat die besten Blousons. Conchita, das bringt mich sofort zu dir. Gab es in der Pubertät einen Kleidungsstil, der, du kommst aus einem kleinen österreichischen Ort, den die Eltern, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig fackten? Meinen Kleidungsstil? Ja, früher. Ja, ich gar nicht. Also ich fand, es war eine Selbstverständlichkeit für mich, in einem Kleid oder einem Rock in den Kindergarten zu gehen und meine Mutter stand, wie es die Legende so will, immer davor und hat darauf gewartet, bis ich weinend rauslaufe, weil es natürlich damit gerechnet hätte, dass ich gehänselt werde. Das ist aber nicht passiert. Johannes, deine Frau Mama sitzt irgendwo hinter mir. Hatte sie Kummer, als du in der Pubertät warst, wenn es darum ging, dich zu betrachten? Kleidungstechnisch. Kleidungstechnisch. Das andere, dazu kommen wir später. Mein älterer Bruder ist ja ein Kopf größer als ich. Das war mit dem Auftragen zum Glück dann dadurch reduziert, weil einfach so viel größer ist, dass ich so in den Klamotten, so wie so Huibu, das Schlossgespenst rumgelaufen wäre. Und ansonsten galt ja Mama keinen Kummer machen, weil mit Mama alleine zu Hause, also ich habe da versucht, zumindest kleidungstechnisch möglichst gut durchzurutschen. Ja, wie bei mir. Wir kommen auch heute noch durch. Ja, angepasst. Hanseatisch angepasst. Wir müssen noch ein bisschen darüber reden, wie du an deinem zweiten Album geschrieben hast, weil es ist mit Radio Doria, weil es ist, könnte ich mir vorstellen, ja nicht immer so, dass man sagt, komm, wir machen ein zweites Album, lass uns hinsetzen, was haben wir für Ideen, bam, bam, bam. Und schon hat man die 14 Songs zusammen. Ist es euch diesmal leicht gefallen? Bam, 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 sowieso nicht. Leider. Aber auch zum Glück, weil die Beschäftigung, finde ich, mit so Sachen wie Songs schreiben oder Texte sind ja dann auch wie so ein Gedicht, die braucht schon Zeit. Das kann man auch genießen, wenn es langsam geht. Bei uns war ein bisschen die Schwierigkeit, sowieso das zweite Album, finde ich, ist eine Binsenweisheit, kann man in allen Rock- und Pop-Biografien lesen, ist immer das Schwerste. Weil das erste, das schleppt man so lange mit sich rum und dann ist es da und ja, und dann ist man wie, viele schaffen es gar nicht, ein zweites überhaupt zu schreiben. Und das war das eine. Und das zweite war, dass diese Zeit, in der wir angefangen haben zu schreiben, so vor einem Jahr, knapp zwei Jahren, ganz schön raul wurde. In Deutschland auch. Das lag zum Teil an den Flüchtlingen, die nach Deutschland kamen. Es lag daran, dass Terror nach Europa kam. Und dass die Gesellschaft so ein bisschen auseinanderfällt seitdem. Und es gibt sogar keine, diese Kultur, dass man damit leben kann, dass jemand eine andere Meinung hat und man diesen Austausch darüber auch schätzt, die ist so verloren gegangen. Aber vor allem war der Ton wahnsinnig scharf. Und Leute haben, also entweder man war ein bekloppter Gutmensch oder man war ein Nazi, irgendwo dazwischen gab es nicht mehr viel. Und man wurde in Ecken geschoben, wo man gar nicht hingehörte und das ist, ich fand es schwer in der Zeit, einen fröhlichen, schönen Popsong zu schreiben. Und gleichzeitig fand ich aber, dass die Freude am Leben und am Dasein und auch am Austausch und am Beieinander sein, das war, was am meisten fehlte. Also habe ich mir gesagt, ich will eine Platte machen, die, ich habe so gesagt, pass auf, als würde man eine Handvoll Glückskekse greifen und so in die Luft werfen. So muss ich das anhören und ohne dabei eben platt oder Tralala zu sein. Das war das Ziel, das ist gar nicht so einfach, sowas hinzukriegen. Und jetzt haben wir es, ich finde, ordentlich hingekriegt. Aber ihr habt eine Reise gemacht tatsächlich, um auch den Kopf irgendwie freizukriegen? Ja, das war so eine, das war, erstmal finde ich es immer gut zu reisen. Dann finde ich es immer gut mit einer Band, mit seinen Freunden zusammen unterwegs zu sein und sowas gemeinsam zu erleben. Und der dritte Grund war, das war auch so ein bisschen Trotz, das war so, dass wir gesagt haben, okay, also das neue Feindbild ist für die nächsten 10, 20 Jahre der Islam. Okay, dann fahren wir doch mal dahin, wo der Islam herrscht. Und dann haben wir tatsächlich ein Flug gebucht hier da und sind zusammen nach Teheran geflogen, in den Iran, nach Persien. Das Ziel war eigentlich, Musiker zu treffen und was über persische Musik zu lernen. Das ist ja wirklich hochinteressant, als wir die ersten Musiker trafen und die uns was vorspielten, haben wir gedacht, sollen wir denen sagen, dass sie ihre Instrumente nochmal stimmen sollten? Bis wir dann gelernt haben, dass es in der persischen Musik Vierteltöne gibt, nicht nur halbe und ganze wie bei uns, sondern auch Viertel. Das hört sich natürlich erstmal schräg an. Hier läuft gerade eine Matze übrigens. Ja, wir sehen gerade, wie Musik macht mit wahrscheinlich iranischen Künstlern. Genau. Nimmt man dann wirklich die Inspiration, ich glaube, das geht ja nicht spurlos an einem vorbei, oder? Also diese Inspiration, die nimmst du ja dann voll mit. Ja, also wir haben viel gelernt, wir haben viel Neues erfahren und wir haben vor allen Dingen gemerkt, dass das Bild, das in den Medien auf der ganzen Welt von einem Land dargestellt wird, was zum Teil auch das Land selber von sich in die Welt trägt, nicht unbedingt sehr viel zu tun haben muss mit dem Leben der Menschen in einem Land. So zum Beispiel im Iran, dafür, dass das sozusagen, wir würden ja sagen, eine islamische Diktatur ist, was auch stimmt zum Teil, aber was du auf der Straße siehst, ist was ganz anderes. Du siehst unglaublich fröhliche, freundliche Menschen, die sehr gastfreundlich sind. Du siehst Frauen, die sich bedecken, aber nicht wie wir das aus Kreuzberg kennen, sondern mit weiten Schals, die wirklich aber gerade so hinten noch auf dem Hinterkopf sitzen und fast sexy aussehen. Johannes nicht. Johannes hat bereist viel. Ich war jetzt neulich mehrfach in Saudi-Arabien und die Gesellschaft öffnet sich enorm. Es ist wie eine Naturgewalt. Es gibt gar keinen Weg dagegen an. Und wie dann Frauen anfangen, sich dann, sobald sie merken, es sind ja zum Beispiel nur Europäer oder westliche Gäste in dem Raum, dann lüften sie den Schleier so ein bisschen, ziehen sich anders an. Mittlerweile ist es alles bunter bestickt. Also es ist faszinierend, das zu betrachten. Und dann auch zu sehen, Saudi-Arabien gibt es ja wirklich auch noch das Vollverschleierte, wie dann aber diese gerade jungen Frauen im Krankenhaus, wir haben da tolle Krankenhäuser besucht, dann dem Chef richtig Widerworte geben und auch einen ganz spitzen Humor haben, so eine Art Mutterwitz, wo man sich denkt, das ist enorm. Also so muss man das leben. Man kann nicht von oben sagen, jetzt wird hier sozusagen alle Führerschein und so weiter und so machen wir das. Das muss ja auch aus der Gesellschaft kommen und das ist irre, stimme ich dir total zu, das zu sehen, wie das Menschenbild da neu aufblüht. Ja, noch nicht ganz überall, aber bei all diesen Inspirationen und so sind wir jetzt natürlich gespannt, etwas zu hören und du bist natürlich hier angereist und hast alles mitgebracht, was du brauchst. Die zwei Jungs kommen schon rein, wir freuen uns auf Christian Ardemhals und Jens Meckel mit den Gefahren. Und du hast uns einen schönen Song mitgebracht, auf den ich mich ganz besonders freue. Wir können vielleicht danach noch ein bisschen drüber reden. Jeder meiner Fehler heißt der in der ganz speziellen Unplugged-Version. Seine Version nur für dich. Genau, so hast du mir das erhofft, vom neuen Album, zwei Seiten. Hier sind Jan-Josef Liefers und Radio Doria, Teile von Radio Doria. Es ist nicht leicht, zu verstehen, warum wir manchmal die falschen Wege gehen. Und die letzte Tür zurück ist mit Wenn und Aber zugebaut. Man findet sich zurecht, aber nie raus aus seiner Haut. Doch mir scheint jeder meiner Fehler ist am Ende auch ein Schritt. Und jeder meiner Fehler brachte mich zu dir zurück. Aber für jeden meiner Fehler, wenn ich sagen, es tut mir leid, kannst du sie vergeben? Kannst du damit leben? Kannst du mit mir leben? Ich bin mit dem Kopf durch jede Wand, hab so viele Pläne unterwegs verbrannt. Ich lag mir selber auf den Boden, unter den Füßen weggezogen. Und wollten wir leider aus, bin ich doch abgebogen. Oh, mir scheint jeder meiner Fehler, ist am Ende auf den Schritt. Jeder meiner Fehler, machte mich zu dir zurück. Und für jede meiner Fehler, will ich sagen, es tut mir leid, dass du sie vergeben. Vielleicht kannst du damit leben. Kannst du mit mir leben? Kannst du mit mir leben? Wovon werden wir erzählen? Zwischen allem schlecht und gut. Am meisten würde ich bereuen, hätten wir's nie versuchen. Und wenn die Mauern nicht immer wieder bauen, irgendwann zerfallen zu Staub. Nur weil du an mich laufst. Nur weil du mir vertraust. Oh, jeder meiner Fehler. Oh, mir scheint jeder meiner Fehler, ist am Ende auch ein Schritt. Und jeder meiner Fehler, machte mich zu dir zurück. Und für jeden meiner Fehler, will ich sagen, es tut mir leid. Kannst du sie vergeben? Kannst du mit mir leben? Willst du mit mir leben? Willst du mit Ihnen bleiben? Jetzt kann ich neu sagen. Halleluja. Punkt. Neun, ein und zwei Seiten. Jeder meiner Fehler. Schön, dass du bei uns bist. Und ich freue mich ganz zusammen aus, dass wir uns noch häufig sehen werden in diesem Herzen. Achso, meine Damen und Herren, im Sommer 2015 kommen tausende Flüchtlinge in Deutschland an, so auch in Hamburg. Die Stimmung ist angespannt, die Bundeskanzlerin Angela Merkel wird zitiert immer wieder durch ihren berühmt gewordenen Satz, wir schaffen das. Eine Hamburger Journalistin, alleinerziehende Mutter von vier Söhnen, reagiert auf eine ganz eigene Art. Auf diesen Ansturm von Menschen, die in Not sind. Sie gibt im November 2015 einem 22-jährigen Syrer ein neues Zuhause. Und ich freue mich sehr, dass diese couragierte, wunderbare Frau heute unser Gast ist. Wir begrüßen Adrienne Friedländer, herzlich willkommen. Frau Friedländer, wie sind Sie, wie kam das, wie sind Sie auf die Idee gekommen, Ihr Haus zu öffnen für einen Mann, der in Not ist, für einen jungen Mann, der in Not ist? Da kamen ganz viele Dinge zusammen gleichzeitig. Es gab diese Bilder in den Nachrichten in der Zeitung, die meine Familie und ich, also meine Kleinsöhne vor allen Dingen, mit Interesse verfolgt haben und mit Bestürzung verfolgt haben. Dann gleichzeitig hat meine Freundin Marion Schmitz als Musiktherapeutin in der Erstaufnahme gearbeitet. Und hat einen jungen Mann dort aufgenommen, hat mir von diesen Erlebnissen erzählt. Und dann ist mein ältester Sohn ausgezogen und dann sagte irgendwann mein Sohn Nummer drei, irgendwann, als er wieder vor den Nachrichten saß und sagte, Och, diese armen Flüchtlinge, diese armen Flüchtlinge, sagte mein Sohn, wie komisch, Mami, dass alle immer sagen, diese armen Flüchtlinge, aber keiner nimmt einen auf. Haben Sie sich in irgendeiner Weise vorbereitet? Haben Sie einen Plan gemacht? Haben Sie Menschen gefragt, die das schon vor Ihnen, diese Courage, bewiesen haben? Ich habe mit meiner Freundin gesprochen, ja. Ansonsten habe ich keinen Plan, wie es ja auch der Titel des Buches sagt, meine Familie, keinen Plan. Ich habe mich nicht vorbereitet und ich glaube, zu viel Vorbereitung kann oft schaden. Ich glaube, wenn man alles zu Ende denken würde und sich zu viel Gedanken macht, übers Kinderkriegen zum Beispiel. Wann passt das? Was passiert in meinem Leben, wenn ich ein Kind kriege? Passt es nächstes Jahr oder übernächstes? Soll ich erst noch Karriere machen oder nicht? Dann macht man es nie. Beim Heiraten ist es, glaube ich, ähnlich. Auch das würde man das zu Ende denken. Ein weites Feld. Ein weites Feld. Also ich denke, das ist eine, ich würde das alles wieder tun. Ja, das Heiraten jetzt. Ja, alles. Auch alles. Kinderkriegen, alles. Ich würde das alles wieder tun. Ich denke, das ist einfach eine Entscheidung des Herzens und aus der Stimmung heraus. Der junge Mann heißt Moas. Ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus. Ja, Moas. Moas. Wie haben Sie mit ihm Kontakt aufgenommen? Im Vorfeld? Wie ging das? Im Vorfeld gar nicht eigentlich. Ich habe dann meine Freundin gefragt, hast du vielleicht Kontakt in der Erstaufnahme? Kannst du mir vielleicht eine Person nennen, die wir da besuchen können? Und dann hat sie mir auch sehr schnell gesagt, ja, Hussein kennt ein Freund, da können wir uns vorstellen, dass es passt. Komm doch mal vorbei. Wie war das erste Treffen? Dann habe ich gesagt, Jungs, die Kleinen wieder, die Großen haben immer eigene Pläne, Jungs, ab, wir fahren jetzt in die Erstaufnahme. Wir schauen uns das mal an. Und dann haben wir Moas dort getroffen, in der Kantine und, ähm, also, nein, erst kamen wir da an und sahen also vor den Containern die ganzen jungen Männer stehen, an so einem dunklen Novembertag, in Flipflops und Jogginghose und mit ihrem Smartphone. Einsam? Ja, alle hingen am Smartphone, weil das der einzige Kontakt ist zur, ähm, zur Außenwelt. Ja, und, ähm, dann gingen wir in die Kantine und dann kam Moas an mit seinen großen braunen Augen und brachte mir einen Kaffee und während er mir diesen Kaffee brachte, zitterten schon seine Hände vor Aufregung. Und dann setzten wir uns hin und dann saßen wir da, dann saß ich da mit meinen Söhnen und er saß mir gegenüber und dachte ich, ja, und jetzt? Ähm, also, ich hatte keinen Plan. Und dann schauten wir uns so an und sprachen irgendwie drei Sätze, aber man weiß auch gar nicht so richtig, was man sprechen soll. Es gibt einen Film Willkommen bei den Hartmanns, wo die alle ins Wohnzimmer eingeladen werden und so, das ist, ähm, so war das nicht. Und man sitzt da und weiß gar nicht zu sprechen und es ist alles irgendwie ein bisschen verkrampft und plötzlich weiß man auch gar nicht mehr, was will ich hier eigentlich jetzt machen? Will ich jetzt noch fünf weitere treffen und dann irgendwie so sagen, nee, der gefällt mir nicht so gut, ich komme auch nochmal wieder, oder? Und dann sagte mein kleiner Sohn, zog meinen Kopf so runter und sagte, können wir ihn nicht gleich mitnehmen? Und, ähm, darauf war ich eigentlich nicht vorbereitet, ich hatte auch noch kein Zimmer freigemacht und ich hatte überhaupt nicht nachgedacht, das passiert manchmal in meinem Leben. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich auf Englisch gesagt, kannst du dir vorstellen, gleich mitzukommen? Dann hat er gesagt, wie bitte? Und ich glaube, es lag nicht nur an der Sprache und er sagt, ja. Er hat sein Glück nicht fassen können. Willst du nicht gleich, dann, und dann sprang er auf, sauste los und, ähm, holte irgendwie zwei Plastiktüten und fünf Minuten später saß er auf dem Rücksitz. Und jetzt, krampios. Und jetzt kommt. Es ist ein Mann mit einem, mit einem völlig anderen kulturellen Background. Und das führt natürlich zu Diskussionen, zu Komplikationen, im komischen Bereich, wahrscheinlich auch im substanziellen Bereich. Sie haben vier Söhne, aber das ist nicht das, das ist nicht alles. Sie haben auch eine Katze und Sie haben einen Hund Carlo. Richtig. Und das, und Carlo... Der Kater ist gestorben, leider. Der Kater ist gestorben, aber Carlo lebt. Und Carlo und Moas, das war zunächst nicht einfach. Warum? Ähm, mir war nicht klar, auch wieder einmal mangelnde Vorbereitung, mir war nicht klar, dass, ähm, für einen Moslem das Leben mit einem Hund unter einem Dach überhaupt nicht zum normalen Leben gehört. Schon als er auf der Rückbank im Auto saß, erzählten meine Jungs, also die waren richtig sehr bemüht um ihn, und die sagten dann, hast du zu Hause einen Hund? Also wir haben einen Hund, der ist auch ein bisschen durchgeknallt. Moas hat das Wort durchgeknallt nicht verstanden, glücklicherweise. Und, ähm, dann erstarrte er, man sagte, er hat auch eine Katze, wir haben auch eine Katze, und er erstarrte ein bisschen, und dann sagte er irgendwas, Katzenphobie. Und dann hab ich nur gedacht, ups, daran hab ich jetzt gar nicht gedacht. Dann hab ich kurz gesagt, möchtest du zurück? Und dann sagte er, nein, auf keinen Fall. Dann sind wir nach Haus gefahren, und dann lief auch alles natürlich total schief, wie man sich das vorstellen kann. Der Hund ist völlig ausgerastet, hat geknurrt, gebellt, ist auf den Zug. Und er stand da so, und ich dachte, okay, der hat ja, der kommt ja aus dem Krieg, also der hat wahrscheinlich anderes erlebt. Und dann tauchte auch der Kater gleich auf, und ich dachte nur, oh Gott, das ist alles ganz furchtbar. Aber er hat, ähm, er hat das gut gemanagt, er hat einfach abgewartet, einfach abgewartet. Und das Verhältnis hat sich beruhigt? Das hat sich nicht nur beruhigt, sondern, ähm, Moas erzählt ja überall heute noch, dass Carlo sein erster Hund war, dass Carlo seine Einstellung und seine ganze Meinung über Hunde verändert hat, und, ähm, das ist eine große Liebe. Er holt ihn heute noch zu spanzieren gehen ab, und Carlo freut sich ein Loch in den Bauch, wenn er kommt. Sie beschreiben... Sie beschreiben in Ihrem Buch, das macht das Buch so lesenswert, dass Sie geschrieben haben, auch die alltäglichen Dinge, die schwierig waren. Und ein ganz wesentliches Thema, Ihre vier Söhne waren, äh, nachdrücklich, haben Sie sie immer wieder aufgefordert und gebeten, beim Pinkeln zu sitzen. Sprechen wir es aus. Das Sitzpinkeln in Ihrem Haus ist sozusagen ein Gesetz. Jetzt haben Sie sich überlegt, wie man Moas dieses Geschichte auch nahe bringt. Würden Sie das, was in Ihrem Buch steht, hier kurz mal schildern? Das ist sehr amüsant. Also, ähm, ja, mit Jungs ist man einiges gewöhnt im Zusammenleben, und, ähm, da muss man irgendwie als Alleinfrau darunter schon so ein paar Regeln durchkämpfen. Und das habe ich, und irrtümlicherweise, ich weiß doch gar nicht, warum das, hatte ich die, plötzlich die Idee, das müsste ich ihm als eine der ersten Sachen beibringen. Ich weiß nicht, ob die Idee kam, ich war, ich war, einfach wieder so eine etwas wirre Idee vielleicht, jetzt musst du, darüber musst du unbedingt mit ihm sprechen. Und sprechen funktionierte nicht so gut, ich wusste jetzt auch nicht, was das alles, also, wir haben Google Translator gemacht. Das hat uns viel geholfen, das ist eine ganz tolle Sache. Dann sitzt man nebeneinander, und ich habe dann geschrieben, bitte nicht im Stehen pinkeln, und dann erschienen wunderschöne Zeichen auf der anderen Seite, und Moors las die, und, hatte es nicht verstanden. Dann habe ich, nicht im Stehen urinieren, bitte hinsetzen, zum Pinkeln, verschiedene Sachen probiert, Moors guckte. Pullern? Pullern habe ich nicht versucht, nee. Weiß auch nicht, ob das die Sache besser gemacht hätte. Keine Ahnung, worry. Und dann habe ich gedacht, okay, dann hilft nur eins, ich muss das jetzt vormachen. Und, das werde ich jetzt aber nicht machen, also ich mache nur was die andere Hand. Die eine Hand machte Dinge, die ich jetzt nicht vormache, und stehend, und die andere machte, we don't like it like this in our house. Der guckte Moors mich an, und sagte, that's normal, und ich kam mir wie ein Vollidiot vor. Jetzt lassen Sie uns einmal auch sehr ernst werden. Moors hat ja nicht nur seine Heimat verloren, sondern ist eine Fluchtroute gegangen, hat Gewalt erlebt, hat Furchtbares erlebt, und Sie beschreiben, dass er sich zunächst auch in sein Zimmer zurückgezogen hat, und gar nicht bereit war zu kommunizieren. Wie haben Sie sein Vertrauen, mit welchen Themen haben Sie sein Vertrauen gewonnen? Ich glaube nicht, dass er nicht bereit war zu kommunizieren. Ich glaube eher, dass er am Anfang die Ruhe sehr genossen hat, dass er einfach diesen Rückzugsort, den er lange nicht gehabt hat, auf der Flucht nicht, in der Erstaufnahme nicht, Zelt, Container, immer und immer unter Menschen. Und ich glaube, dass diese ganzen Erlebnisse, denn ich habe doch viel darüber nachgedacht, weil ich am Anfang hatte es mich etwas befremdet, dass er so viel in seinem Zimmer war. Ich dachte, Mensch, er kann doch hier in der Familie mitmachen. Und er war sehr viel in seinem Zimmer. Und dann habe ich aber begriffen, wie anstrengend das alles ist und was es auch mit einem macht, so furchtbare Sachen zu erleben und Depressionen vielleicht auch zu haben und wie viel Ruhe man braucht. Und ja, so habe ich das akzeptiert und immer mehr verstanden. Ich wusste gar nicht, wann man sich das vorgibt. Ich habe mir das auch so vorgestellt, weil ich habe auch mit einer syrischen Band in Berlin Kontakt gehabt, denen ich so ein bisschen dabei helfen konnte, dass die zusammen in Berlin bleiben können. Die sind auch aus Syrien abgehauen, als ihr Schlagzeuger dort erschossen wurde. Und die kommen dann an und das sind unglaublich freundliche Menschen. Übrigens sehr schlau auch. Können ja auch Englisch und so. Große Kultur. Super Kultur. Also da können wir uns auch noch, wenn man sich damit mal beschäftigt. Ja, und dann habe ich mir immer vorgestellt, wie die Schienen ist erst mal so auf den ersten Blick so leicht zu nehmen, dass sie so bei uns waren, das alles so kennenzulernen und Radiohead und so. Und ein bisschen reden über europäische Musik. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie das wäre, wenn ich jetzt Deutschland verlassen müsste und nach Südchina oder irgendwas gehen müsste. Eine Sprache, die so klingt, dass du denkst, niemals in meinem Leben verstehe ich irgendein Wort. Plus Verhaltensweisen und so. Und wenn man sich das einfach mal vorstellt, wie das wäre, wenn man selber in die Lage käme, woanders zu sein. Und um im Bild zu bleiben, bis Südchina würdest du nur Gewalt erleben. Du würdest ja nicht mit Lufthansa hinfliegen. Das ist ja eine kleine... Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das auch ganz oft vergessen wird. Es werden ganz oft so Angebote gemacht für Flüchtlinge. Ganz engagierte Menschen machen Teestuben und sind dann verärgert, wenn keiner kommt und sagen, jetzt kommen die gar nicht, haben wir uns so viel Mühe gemacht. Und ich sage auch immer, wenn ich mir vorstelle, wir würden jetzt fliehen in ein arabisches Land und würden da ankommen und kaum sind wir zusammen endlich mit Gleichsprachigen im Container, sitzen ständig jemand vor der Tür und laden uns wieder ein zum Shisha rauchen, zum Peppermünzi, zum Kochen. Und wir sagen, lass uns doch mal einen kleinen Moment mal verschnaufen. Ich sagte in Georgien, da wurde gekocht und ich war der Gast und keiner aß. Und ich dachte, wann geht es denn jetzt los? Ich habe Hunger. Und dann wurde mir irgendwann mitgeteilt, dass es nicht losgeht, bevor ich nicht dieses Auge von dem Schaf gegessen habe. Entschuldigung, das kann ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich jetzt von dem Auge des Schafes zu Ihrer 90-jährigen Mutter komme. Aber, aber, aber... Ich versuche es gleichwohl teukülen, weil bei der Integration von Moas in unsere Kulturen, vor allen Dingen auch erstmal in Ihre Familie, hat Ihre 90-jährige Mutter einen großen Beitrag geleistet. Wie kam das? Das war, das war total, meine Mutter, ja, es ist ein großes Kapitel dieses Buches auch. Das erste Treffen war schon so, sie war eingeladen und ich habe irgendwie gekocht und saßen am Tisch. Und sie hat ununterbrochen auf Moas eingeredet, in Deutsch. Auf Deutsch. Und ich habe dann gesagt, Mami, er versteht dich nicht, du musst Englisch sprechen. Und sie sagte immer, sei doch mal ruhig jetzt und so. Und dann sprach sie und do you know Angela Merkel und do you know und dies und das. Und ab und zu sagte sie mal ein englisches Wort. Dann rief sie in die Küche, Adrienne, was heißt Bundeskanzler auf Englisch und so. Dann habe ich gedacht, ich müsste dem Jungen zur Hilfe eilen. Aber nein, er hing an ihren Lippen und jedes Genossen, sie sagte nur, also, weil er hat ihr sehr, sehr geduldig zugehört, das fällt uns manchmal schwer nach längerer Zeit. Und es ist eine große Liebe, wir mussten ihn keineswegs retten. Er war total fasziniert und die sind von Anfang an in Kontakt geblieben auch. Es ist eine große Ehrfurcht vor einer 91-jährigen Frau, die so viel aus dem Leben erzählen kann. Also er hat sie geliebt, er hat sie begrüßt, er hat ihr die Hände geküsst und bis heute sind sie ganz dick. Also hat er Familie, Geschwister oder seine Eltern und wo waren die? Er hat erst gestorben, die Mutter lebt in der Nähe von Damaskus mit den Schwestern und zwei Brüder sind in Libanon geflüchtet. Und er ist der Einzige, der in Deutschland ist. Wir haben gerade erwähnt, dass Ihre Mutter in die Küche gerufen hat, während Sie gekocht haben. Mussten Sie sich dann beim Kochen auf die neue Kultur auch einstellen? Wir haben das eher so gemacht, also Schweinefleisch ist ein schönes Thema, weil wir haben uns oft getroffen morgens in der Küche, wenn ich irgendwie das Frische für die Kinder machte und dann hatte Moas immer irgendwie sein Smartphone und sagte immer zu mir, es sind letzte Nacht wieder fünf Leute an Schweinefleisch gestorben. Und dann sagte ich, Moas, ich weiß nicht, woher du diese Zahlen nimmst, wo denn und so weiter, ich höre da nie von. Und er hat uns immer machen lassen und er hat immer gesagt, er hat immer ganz super, super höflich und liebevoll zu mir, aber er hat mir gedacht, ich muss es ihr doch bei, es ist so in Russland und wo auch immer sind Sie an Schweinefleisch gestorben. Und das sagte er mehrfach und ich kenne seine Quellen noch nicht bis heute, habe ich sie nicht verstanden. Er hatte Angst um sein Leben. Wir haben weiter Schweinefleisch gegessen und ich... Kein Mett für Moas. Kein Mett für Moas, auch ein schöner Rundtikel. Schweinefleisch, ja. Das war ein schöner Rundtikel. Aber nee, ich glaube, es hat nur funktioniert, auch meine Kinder, die ja sofort zugestimmt haben, jemanden aufzunehmen, es funktioniert nur, wenn man irgendwie Leben und Leben lassen machen lässt. Also haben wir unsere Sachen weiter gegessen, beim Sonntagsfrühstück haben wir irgendwie Bacon gebraten zum Rührei, aber es gab auch immer einen Teller mit Rindfleisch-Geschichten, wir haben einfach beides gemacht. Haben Sie mir den Gedanken gespielt, weil ich schummele ihm mal so eine Scheibe Schinken unter oder sind Sie immer aufrichtig geblieben, Frau Friedländer? Ich habe mir den Gedanken gespielt, weil ich dachte irgendwie so ganz kurz, wenn er gar nicht Schweinefleisch isst, weiß er auch gar nicht, wie es schmeckt und dann merkt er es vielleicht auch gar nicht. Aber dann hat er jedes Mal nach dem Kochen gefragt, ist das für mich in Ordnung? So als würde ich immer noch irgendwas kochen, was nicht in Ordnung war. Und das hat mich so gerührt, dass ich das niemals gemacht hätte. Nein. Sie schreiben in Ihrem Buch, das ist meine letzte Frage, leider, dass das größte Problem in der Kultur, in dem kulturellen Näherkommen war die Pünktlichkeit. Gibt es da in Syrien ein anderes Verständnis? Pünktlichkeit war lustig, also da kann ich jetzt mehrere Geschichten zu erzählen. Neulich habe ich noch darüber mit ihm gesprochen und er hat gesagt, wie kommst du auf die Idee, dass wir nicht pünktlich sind? Ich habe gesagt, du kannst jetzt nicht ernsthaft sagen, dass du immer pünktlich bist. Doch, und das wäre böse Nachrede und ich wäre ja auch noch gar nicht in Syrien gewesen, woher ich das wissen sollte mit der Pünktlichkeit. Und wir haben lustige Erlebnisse gehabt, dass wir irgendwie zum Arzt gingen und ich dann um Viertel vor drei ihn weckte und sagte, wir haben um drei den Termin, Moas. Und er konnte gar nicht verstehen, dass man auch wirklich dann um drei hingeht. Und das Lustigste, was ich erlebt habe, war eigentlich, dass er mit einem Freund mal verabredet war, die wollten in die Stadt fahren. Am ersten Tag kam Moas in einer Stunde wieder zurück und sagte, der Freund hätte verschlafen, der war nicht im S-Bahnhof. Nächster Tag. Am nächsten Tag war der Freund da und Moas hatte irgendwie den Termin verschwitzt. Und am dritten Tag dann endlich haben die sich getroffen, sind in die Stadt gefahren, aber es war überhaupt gar keiner böse von beiden. Das war einfach so. Das ist aber nicht typisch syrisch, das passiert mir auch. Ja. Aber, aber, da möchte ich unbedingt zwei Sachen zu sagen, weil einmal habe ich neulich Geburtstag gehabt und Moas hat mir ein wunderschönes Geschenk gemacht, eine Tüte, mit der unglaublich viele Dinge draufgeschrieben habe, liebevolle. In dieser Tüte war ein Kalender, weil er dachte, mit nichts kann ich eine Deutsche glücklicher machen, als mit einem Kalender. Und, ähm, und dann waren wir auch neulich mal verabredet und er stand schon vor der Tür mit, irgendwie, ich wollte mit ihm frühstücken. Ich kam zu spät und er sagte, du bist sieben Minuten zu spät, was bist du für eine Deutsche? Oh, also da sage ich Ihnen, liebe, liebe Adrian Frieder, Sie sind eine wunderbare Deutsche und ich finde ganz toll, was Sie gemacht haben. Ihr Buch ist sehr lesenswert und Sie sind dankbar, glücklich und stolz, dass Sie in unserer Runde sind. Liebe Zuschauer, Sie wissen es vielleicht aus eigener Erfahrung, es gibt Tausende, wahrscheinlich sogar Hunderttausende von Deutschen, die kleine Feuerwehrautos bauen. Wieder andere binden ihren Pudeln kleine Zöpfchen, wieder andere verschwinden im Keller und setzen sich Schaffnermasken auf oder verkleiden sich als Zwerge. Es gibt alles. Es geht um die Hobbys der Deutschen und es gibt einen Mann in dieser Runde, der sich mit den Hobbys der Deutschen ganz besonders beschäftigt hat. Er hat sie nämlich ganz genau begleitet und beobachtet beim Ausüben ihres Hobbys. Freuen Sie sich auf Michael Kessler. Dass du so liebevoll mit den Hobbys der Deutschen umgehst, das kann man ja sagen, liegt vielleicht ein bisschen daran, dass du auch großes Verständnis hast, denn auch du warst ja einem gewissen Hobby anhängig. Ja, früher, also Modellbahner natürlich, mein Leben im Maßstab 1 zu 87, viel gebastelt, viel gebaut, Feuerwehrautos, Eisenbahn und schon damals war ich auch auf Tauschbörsen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo sehr skurrile Menschen unterwegs sind, die sie dann stundenlang über irgendwelche Lokomotiven unterhalten können und Baureihen und Nummern und Wahnsinn. Und das fand ich schon damals sehr skurril und irgendwie so auch auf meinen ganzen Expeditionen, wo ich unterwegs war, bin ich auch immer wieder auf Menschen gestoßen, die irgendwelche Hobbys gerade ausüben, ob das jetzt Bogenschießen ist oder inzwischen sind es ja moderne Hobbys, die lassen in den Park, wo ich mit meinem Hund immer gehe, da lassen sie irgendwelche Drohnen fliegen und haben so Virtual Reality-Brillen auf und man denkt, was ist jetzt los, wo bin ich? Und da steckt aber viel Komik und Humor drin, finde ich, in den Hobbys, also in den Menschen und wie sie diese Hobbys betreiben, weil die Deutschen tun das ja natürlich mit großer Akribie und Pünktlichkeit und das fand ich schon immer faszinierend. Was glaubst du, warum die Menschen sich so ausgefallene Hobbys teilweise suchen oder so sehr ins Detail gehen bei ihren Hobbys, weil kompensieren die da was oder bist du irgendwie der Sache auf die Sprung? Ja, die Serie heißt ja Meine heile Welt und ich glaube schon, dass der eine oder andere vielleicht jetzt in seinem Bürojob nicht die Erfüllung seines Lebens gefunden hat und dann eben gerne am Abend entweder in den Verein geht oder Sport macht oder Marathon läuft oder sich eine Bestätigung holt dort, dort vielleicht mal ein Held ist oder wenn er eben in irgendwelche Fantasy-Spiele macht, am Wochenende ein König ist und sich verwandelt und Schlachten macht oder eben Drachen fliegt. Es ist eine Selbstbestätigung, es ist ein Austoben, es ist eine wunderbare Ablenkung oft ja auch, manche flüchten ja auch aus ihren Familien in ihre Hobbys oder in ihre Hobbykeller oder in die Vereine, also es bietet ganz viel. Es ist oft die Flucht vor der Familie, wobei manchmal auch, ja ja. Es ist ja noch, wenn es die ganze Familie macht, also manchmal müssen die auch alle mitmachen. Oder die verrückten Geocacher, die man jetzt immer, also man läuft ja manchmal durch den Wald und denkt, was machen diese Leute jetzt da? Ja, Bernhard Hohecker macht mich wahnsinnig, wir sind mit ihm durch irgendwo rumgelatscht, durch irgendeine Stadt, dann fängt er an, da und an und guck ich so, was machst du denn da? Ja, er muss jetzt diesen Kasch finden und dann muss man sich da eintragen in so ein Büchlein, dass man da war und so weiter. Also das sind eben diese Geschichten, die diese Hobbys umgeben und wir stehen so, wenn man jetzt nicht Geocasht, steht man so daneben und denkt, was machen die denn da? Ja, das denkt man sich tatsächlich und vor allem hast du letztes Jahr etwas gemacht, das konnte man sich eben auch angucken, da warst du in der, also da hast du LARP gemacht. LARP, L-A-R-P. Genau, viele werden das vielleicht nicht kennen, Live Action Roleplay, das sind die Menschen, die an Wochenenden auf irgendwelche Felder ziehen, dort Zelte aufbauen, Zeltstädte, die bauen Burgen auf, du flippst raus. Ich hab mir eine Folge angeguckt, da ist der eine Mann, den du darstellst, eben sozusagen, das ist ja so eine Mischung aus geschriebener Geschichten und in dieser spielt, aber in der vollen normalen Umgebung. Genau, es sieht aus wie eine Dokumentation, wir nennen das Mockumentary, also eine gefakte Dokumentation, sieht aus wie eine Doku, aber wir schreiben das. Ein Meisterwerk. Nein, es ist wirklich ein Meisterwerk und da ist dieser Mann und der hat eine, eine lustige Frau, die sehr in der Realität lebt und er lebt eben am Wochenende auf diesen Schlachtfeldern, wo er eben bestimmte, mit so lustigen Ohren, die er sich in L.A. bestellt hat, kämpft er so, kämpft mit dem Schwert und dann hat sie gesagt, Kinder werden ja auch mal schön und hat er gesagt, ich hab dir gesagt, Kinder gibt's erst, wenn ich König bin. Aber man fragt sich doch eigentlich, wer das Hobby mehr genießt, er oder die Frau. Also ich mach dir auch, wenn er da als Elfer den ganzen Tag durch die Wohnung hüpft, dann ist sie vielleicht auch mal froh, dass er auf dem Feld ist und sich da austoben. Ja, lustig und die heißen Larpa? Larpa, genau, Live-Action-Rockman. Ich bin ein Larpa. Und was gibt's denn da, also in welche Welten kann man einschaufen? Also das ist toll, man kann da alles sein, also ich kann da ein Ritter sein oder ein König, ich kann ein Heiler sein, ein... eine Elbin oder irgendwie, es ist auch, also irre, die machen dann so eine Schlacht. Aber da wollen doch alle König sein, ich mein, wenn du sonst bei der BAF arbeitest oder sonst wo. Nein, 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 nein. Manche wollen auch Hexen sein oder irgendwas, also es gibt alles. Das ist im Krankenhauseissack. Du, das ist... Wir erleben das, ich zieh den weißen Kittel an und schon bin ich verteilt. König, Hexe, Heiler, alles. Aber die Heiler sind nicht irre. Henker. Henker auch, ja. Je nachdem, wer einem gegenüber sitzt. Als Arzt musst du dir das eigentlich mal angucken, weil die haben dann solche Schlachten und dann ist dann einer eben verwundet. Also sie hauen ja nur mit so Styroporschwerdern auf sich. Aber gut, der liegt dann da, das ist ein ganz kompliziertes Punktesystem, wann der dann verwundet ist oder wann er tot ist. Und dann kommen die Heiler und dann nehmen die dann auch so Utensilien raus und fangen die dann so an so zu tupfen und zu behandeln. Und man denkt so, irre, aber ich kann es nachvollziehen. Ja, weil im Grunde genommen sind es Schauspieler, die sich in eine Welt begeben, drei Tage lang. Ja, und eine Rolle spielen und sich auf einem riesigen Spielplatz befinden und da austoben. Das ist eigentlich toll. Die Handys sind aus, die sprechen anders, die heißen anders, die ziehen sich anders an. Also ich fand das damals wirklich faszinierend. Du bist in unterschiedliche Rollen geschlüpft, in einer Rolle bist du Hundebesitzer. Auch einer, der es recht ernst nimmt, weil der Pudel soll ganz nach vorne getrimmt werden. Und wir gucken mal kurz rein, wie das aussieht. Ja. Denk dran, gell, raumgreifende Bewegungen mit viel Schub und Vortritt. Fein. Fein. Schneller, du, die trottet irgendwie. Ich weiß nicht, das gefällt mir nicht neben dir her. Die muss traben und nicht trotten. Langsamer, langsamer. Ich meine, jetzt galoppiert sie ja. Die soll nicht galoppieren, die soll traben. Oh Gott, nee, Maik, jetzt galoppierst schon du. Du musst laufen und sie muss traben. Stopp, 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 stopp. Ich brauche mal ne Pause. Und ganz ehrlich, so wird das nix. Weil irgendjemand ist hier ganz und gar nicht bei der Sache und ich bin's nicht. Also, wenn die Delilah Mosche gewinnt, schieb mir das Merchandise sofort an. Die Delilah Kalenner, Delilah Nepfe, Delilah Kotbeutel. Das wird der Hammer. Applaus Ob ich gebissen war? Hat der Hund nicht gebissen? Hat der Hund nicht gemerkt, dass er ihn verarscht? Nein, Pudel sind hochintelligent. Ja, das ist wirklich so. Pudel sind ja eigentlich Jagdhunde. Ja, und das war wirklich, das war kein Filmhund. Das war ein ganz normaler Königsbudel, den wir gecastet haben. Und der hat das alles ganz verrückt gemacht. Barbara, ich habe den Eindruck, dass Männer bei Hobbys irgendwie stärker vertreten sind als Frauen. Täuschen wir uns. Hm, das weiß ich nicht. Es gibt so klassische Männerhobbys, aber gerade, ich finde, im Sport sind ja auch unheimlich viele Frauen unterwegs. Der Sport ist ja kein Hobby. Doch, natürlich. Das ist ein Hobby und eine Passion. Ach so, ja. Bei diesen Marathonläufen oder Triathlon und so weiter, was es da alles gibt. Colchita, was glaubst du, ist das beliebteste Hobby der Deutschen? Das sage ich nicht. Nach Meinungsumfragen. Das Gärtnern. Ich habe keine Ahnung. Das Gärtnern. Das Gärtnern. Und auch in diese Welt bist du geschlüpft. Ja. Und das ist nun wirklich ein Meisterwerk, das ich mir zehnmal hintereinander angucken könnte. Und das Publikum, man muss auch mal, ja, schau's mal. Ja, ja, ich geb's dir nachher. Ja, sie ist wunderbar, finde ich super von dir. Ich hatte mal so einen Nachbarn, genau so einen Nachbarn. Exakt. Ich hab's nicht gehofft, bist du das gewesen? Nein, nein. Nein, nein. Wir schauen uns das mal an. Karin! Um Gottes Wille! Was ist denn des? Was ist denn des? Was ist denn des? Was ist denn des? War das eine Katze oder ein Hund? Das war ein Maulwurf, Karin. Das ist doch eindeutig. Ah. Ja, weißt du, was das bedeutet? Dass da gleich noch ein Hügel ist und noch einer und noch einer. Und das so kurz vor der Besichtigung. Was machen wir denn jetzt? Ja, was machen wir denn jetzt? Ich muss sofort was unternehmen. Sonst schieß ich ja aus wie auf dem Frachtfeld. Ich geh schon ganz langsam. Hey, jetzt wird erst mal geatmet. Und mehr atmen ein. Ja. Und mehr atmen aus. Und mehr atmen ein. Und aus. Was ist denn los? Du, was ist los? Super. Großes Problem. Woher kennst du meinen Vater so gut? Das ist wirklich. Ja. Ich kenn das von zu Hause. Wir kennen diese Menschen. Aber du selber bist auch im Privaten ein Gärtner-Fan, ne? Richtig. Bist du im Garten-Center, wie das heute heißt? Bist du da so wie andere im Baumarkt? Da blühe ich auch. Da blühst du auch. Juckt es dir in den Fingern Dinge zu erwerben, die man eigentlich nicht braucht? Ne, so bin ich nicht. Nein, da bin ich schon pragmatisch und gucke, was brauche ich und so. Und hier, zum Beispiel hier, dieser Schnitt gerade frisch von der Gartenschere. Das hat mich wieder erwischt. Hobbys sind gefährlich. Muss man dazu sagen. So, was du am besten kannst, mein Lieber, ist dich in andere Menschen zu versetzen. Das haben wir eben gesehen. Ja. Und du hast dich in Conchita versetzt. Auch, ja. In deiner Sendung Kessler ist. Was war die größte Herausforderung, dieser Figur möglichst nahe zu kommen? Optisch wie in Körpersprache und so weiter. Normalerweise ist es so bei Kessler ist, dass wir ja sagen, ich treffe nicht eine Kunstfigur, sondern ich treffe Jan-Josef Liefers oder Barbara Schöneberger. Ja. Und jetzt ist Tom Neuwirth aber als Conchita unterwegs und das war erstmal so ein Punkt, wo wir gedacht haben, funktioniert das? Und das habe ich aber mit ihm und ihr geklärt zu Beginn der Sendung, dass es natürlich auch um den Menschen hinter Conchita geht und deswegen hat das dann auch funktioniert. Aber klar, ich musste mich dieses Mal in Conchita äußerlich verwandeln, aber eigentlich ging es auch um Tom Neuwirth. Aber ich finde vor allen Dingen, neben der Verwandlung auch die Art, wie du sprichst als Conchita so, dass ich eine Gänsehaut hatte. Und ich glaube, dir würde es eh nicht gegangen sein. Na ja, also... Pass auf. Das ist jetzt nichts mehr, das Ding ist folgt. Bei manchen Phrasensituationen dachte ich mir, verdammt, das sag ich wirklich. Und jetzt schauen wir, diese Konfrontation schauen wir uns jetzt an. Das ist wirklich gut aus. Ja, natürlich. Ich sehe aus wie du. Frau Wurst. Nicht mehr, bitte Wurst. Nur noch Conchita. Nicht mehr, ich verzeihe. Ja, bitte. Es ist vorbei mit der Wurst. Das wünschst du dir. Ja. Ach Gott. Worüber könntest du dich am meisten aufregen? Also ich habe schon mit Ricky Martin und Sir Ed and John geknutscht. So schnell reg ich mich über nichts mehr auf. Das ist es, was du mir erzählst? Ihr Name klar? Hahaha. Aber kommen wir nochmal zurück zu Conchita. Bewegt einen das? Irritiert das? Beängstigt das? Was geht... Es war schon eine sehr emotionale Erfahrung, muss ich sagen. Wahrscheinlich war es noch intensiver als ich dann die Sendung gesehen habe. Ich habe mich wahnsinnig auf dieses Projekt gefreut und wusste für mich von Anbeginn, dass ich ganz ehrlich sein werde. Und dass ich diese Show und diese Erfahrung auch nutzen möchte, um etwas für mich zu erfahren. Weil manchmal muss man es eben gesagt bekommen, dass man es versteht. Und ich finde, wir hatten also für mich ein sehr tiefgehendes Gespräch und habe definitiv da auch etwas mitgenommen. Und was hast du mitgenommen? Was hast du über dich erfahren durch Michael Kessler? Na ja, wie soll ich sagen? Ich bin, keine Ahnung, gerade in einer Entwicklungsphase, wir alle Entwicklungsweite. Aber bei mir ist es gerade sehr intensiv, dass ich nicht wirklich weiß, in welche Richtung ich gehen soll. Und dass ich auch ein bisschen merke, wie ich mein Leben bisher gelebt habe und wo ich vielleicht hin möchte. Und ich finde, das haben wir in diesem Gespräch irgendwie dann am Ende auf den Punkt gebracht, dass du mich wirklich daran erinnert hast, dass ich eigentlich noch nie wirklich mit meiner männlichen Seite Kontakt aufgenommen habe. Vielleicht kriegst du einen Schreck. Nein, ich mag mich ganz gern. Aber das ist zu erwarten, dass deine männliche Seite deutlich hervorkommt. Ich weiß es nicht, das ist kein Plan, das passiert einfach. Also Michael. Das ist in dem Fall nicht rasiert. Ich lebe jedes Haar in meinem Körper. Ich auch. Also ich sage nicht mehr Meisterwerk. Aber Michael, wir sind, das darf man sagen, wir sind von deiner Virtuosität und deiner Kreativität. Und vor allem deiner Sorgfalt, Menschen zu erschaffen. Solche, wo es ein Vorbild gibt, ein prominentes Vorbild. Aber auch der Gärtner war so, dass ich denke, den kenne ich. Und jetzt weiß ich, es ist dein Vater, der mein Nachbar war. Michael Kessler, vielen Dank. In der Medizin ist es ja so, ich versuche ja Leute schnell abzuholen. Und du hast ja eigentlich nicht viel Zeit. Also da kommt jemand rein und du versuchst, diesen Menschen ja aufzunehmen. Und ich sage ja immer, der wichtigste Mensch, den es gibt, ist der, der mir gegenüber sitzt. Und ich kenne die ja nicht. Wie viele Stunden musstest du denn sozusagen überhaupt erst mal Material sammeln, um die ganze Art aufzunehmen? Das ist schon ein langer Prozess. Also die prominenten Gäste begleiten mich über mehrere Wochen, wo ich immer wieder Sachen gucke, aufschreibe. Ich spreche ja mit Familie, mit Freunden. Ich mache mir ganz viele Notizen. Ich lege selber den Weg fest, wo ich so das Gefühl habe, das ist vielleicht ein Thema des Prominenten. Ich überlege mir diese Fragen alle selber. Also, und das ist wirklich ein langer Prozess, ja. Sehr, sehr viel Arbeit. Und wie übst du das vor dem Spiegel? Nein, nicht vor dem Spiegel. Nein. Nein, nein. Nie vor dem Spiegel üben. Du musst, weil du, am Spiegel fängst du an dich zu kontrollieren und zu beobachten. Und das klingt jetzt so blöd, man muss es sein. Man muss versuchen, diese Figur zu sein, dieser, dieser prominente Gast. Und das funktioniert nicht vor dem Spiegel. Sind alle gleich schwer oder gleich leicht? Nein, das ist schon unterschiedlich. Also Linda Cervakis würde zum Beispiel sehr, auch eine Herausforderung sein. Vielleicht Barbara könnte das deine erste Frage sein. Ja, zum Beispiel. Also aber auf jeden Fall nochmal vielen Dank an mich. Vielen Dank. Und jetzt geht es aber hier weiter. Mit der beharrten Griechin. Ja, es hieß immer, ihr seid wie Schwestern. Und wir denken immer alle, warum ist die so verschlossen bei der Tagesschau. Ja. Ich frasiere nicht, ne. So, jetzt ist alles zu. Nein, überhaupt nicht. Du bist, Gott sei Dank, das Gesicht der Tagesschau auch in der Hauptausgabe um 20 Uhr. Und was das Allerdollste ist, du warst überhaupt noch nie in der NDR Talkshow. Linda Cervakis ist bei uns. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt müssen wir einmal kurz klären. Wir haben uns ja auch erst vor kurzem so richtig fern gelernt. Und zwar anlässlich des G20 Gipfels beim schönen Global Citizen Konzert. Und haben gemeinsam ein tolles Erlebnis gehabt. Denn wir haben gemeinsam, wir haben uns auf die Bühne gedrängelt. Mit Pharrell Williams und mit Chris Martin. Genau. So schnell konnte niemand gucken, da standen wir schon. So ein bisschen, so Barbara nimmt man das ab. Ich hatte danach natürlich so, ist das nicht die Tagesschau sprechen? Ist mir egal gewesen, weil ich bin Pharrell Williams Fan. Und ich war danach auch ein bisschen in Chris Martin verliebt. Total. Ich war in alle verliebt, die da aufgetreten sind. Ehrlicherweise. Und ich bin's auch noch immer. Und ich habe mich auch ein bisschen... Wir waren die einzige mit den G20 Gipfel irgendwie angenehm. Wie ist das denn? Ist das tatsächlich so, dass man das immer im Hinterkopf hat, dass man die Tagesschau-Sprecherin ist, die die Nerven auf einer Party nicht verlieren darf, die nicht zu... Gehst du nach... Oder hast du jemanden in deinem Umfeld, der sagt, komm, 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 du hast ein bisschen was getrunken, lass uns jetzt nach Hause gehen. Also so ein bisschen im Hinterkopf ist es tatsächlich. Aber ich bin ein situationsliebender Mensch. Also wenn es die Situation passt, dann schalte ich es auch aus. Aber nie so. Also ich glaube, es ist immer noch so ein kleiner Anker da, der mich daran erinnert, dass ich... Naja, das macht natürlich irgendwie klar. So ein bisschen noch die Kontenanz. Wirst du denn erkannt? Nee, tatsächlich nicht so häufig, weil ich meistens mit Zopf rumlaufe und halt selten mit Blazer. Und diese Tagesschau-Kulisse und das, was ich dort anhabe, ist quasi wie ein Arztkittel. Den lege ich dann danach ab. Und mit Zopf ist es wirklich total spannend. Und dieser Moment so, wenn mich jemand sieht, sie sind ja so klein. Also weißt du, das ist dann immer so, die gucken dann immer so diese 1,96 Meter Menschen, die dann so... Oh, sie sind aber viel kleiner als sie. Also es wird eigentlich irgendwie nur noch so einmal über den Kopf streicheln. Aber es ist wirklich so, dass in der ausgeleuchteten Tagesschau-Kulisse sieht jemand aus und den siehst du ja nur von vorne. Ich habe zweimal, ich habe glaube ich musste fünfmal Jens Riever hier oben auf dem Gang treffen, weil ich den immer von der Seite gesehen habe. Ich habe den nicht erkannt, weil wenn der nicht im Licht sitzt und so, dann sieht man einfach tatsächlich anders aus. Du machst was Tolles, Gott sei Dank noch außerhalb der Tagesschau, nämlich eine ganz tolle Serie, die heißt das Experiment. Und ihr habt viele tolle Sachen gemacht. Was genau ist da eure Mission? Was habt ihr euch vorgelegt? Also wir machen Sozialexperimente, wir haben jetzt zwei Folgen aufgenommen. Die eine heißt, wie viel Herdentier steckt in uns und haben Experimente dementsprechend gemacht. Zum Beispiel waren wir an der Außenalster und ich habe mir zwei, drei Teamleute geschnappt und wir haben so getan, als würde in dem Baum eine Schlange sitzen. Also es geht um Konformität. Ganz normales Tier in Hamburg so und ich sehe so, ja da, da. Und irgendwann halten Jogger an und andere Menschen und fragen sich, was machen die denn da? Und wir so, ja da oben im Ast, da ist die Schlange. So und das Absurde war, irgendwann stand eine Traube von 14, 15 Leuten neben uns. Die haben teilweise Fotos gemacht und ihren Partnern auf dem Handy gezogen. Guck mal, da, da ist sie. Oder die Situation in einem Wartezimmer. Da hatten wir fünf Lockvögel und wir hatten immer einen, also Straßencasting gemacht. Und haben denen gesagt, es geht hier um Gummibärchenverkostung. Und diese fünf waren eingeweiht und fingen irgendwann an sich zu kratzen, Beine übereinander zu schlagen und der, der nicht eingeweiht war, hat mitgemacht. Also es fing auch an sich zu kratzen. Und das Absurde, irgendwann haben wir halt einen Gong eingeschaltet. Also so eine Klingel, so Ding Dong und fünf Leute sind aufgestanden. Und dann sieht man erst so die Straßenmesser, okay, und steht halt auch mit auf. Heißt also, wir sind absolute Herdentiere. Wir machen das, was andere auch machen, weil wir kein Außenseiter sein möchten. Und das war schon irre zu sehen, wie das war. Ja, weil es gibt natürlich auch andere Ärzte Themen, wo man sozusagen dann auch denkt, dass wenn genug nur voranlaufen, dass dann die anderen auch hinterherlaufen, weil sie nicht unangenehm auffallen wollen. Es gibt ein paar Bilder natürlich davon, wie ihr das gemacht habt. Und es ist wirklich erstaunlich, dass die Leute tatsächlich alles nachmachen. Es ist wirklich bitter. Wir gucken mal rein, das Experiment. Na, siehste? Lachst du? Das hat die ganze Schale genommen und an den Mund gehalten. Oh, lecker. Was ist denn mit den Leuten los? Können wir mal ausflippen? Leute, das ist, glaube ich, alles weg. Keiner sagt das. Du hast sieben Leute überholt. Ich weiß, ich bin an allen vorbei. Würden Sie sagen, frech kommt vorwärts? Wenn man es bei dem Gleichnehmer wieder versucht, hat man es irgendwann verschissen. So ist das eben mein Fernsehen. Das war jetzt tatsächlich mal der falsche Film. Weil das ist die zweite Folge. Frech gewinnt, brav verliert. Das war die andere Folge. Also wie kommt frech vorwärts? Und da war es tatsächlich, was wir ja gesehen haben, dass unser Schauspieler auf dem Isomarkt in Hamburg war. Und es gibt ja überall diese Probierhäppchen. Man kann sich so zwei, drei Trauben nehmen. Und der hat dann halt irgendwann die Toperschale rausgeholt und das Ding vorgemacht. Oh Gott, das ist doch schrecklich da zuzugucken, oder? Hast du es geschafft? Ja, also es geht. Schlimmer, ich musste es ja auflösen. Und dann hattest du diese Marktfrauen, die knallrot waren. Die haben aber alle nichts gesagt. Zum Beispiel hatten wir die Situation, dann ist er zu einem Grillstand gegangen, hatte ein leeres Glas mit, ist hingegangen und hat sich das komplett vollgemacht mit Senf. Und so geschraubt und mitgenommen. Und ich so, das kann nicht sein, keiner hat was gesagt. Dann geht man da hin und dann so, ja das Rechnen kalkulieren wir mit ein und so. Aber da kann man doch mal irgendwie wenigstens einen kleinen Spruch bringen oder so. Unglaublich, also auch an der Kasse. Aber ist das vielleicht auch was, was die Deutschen auszeichnet, dass wir wahnsinnig domestiziert sind? Nee, ich glaube die Hamburger sind da sehr vornehme. Ich glaube auf dem Viktualienmarkt in München hätte eine bayerische Marktfrauen die das Senfglas über die Rübe gehauen. Das kann doch sein. Das Fazit ist auch so ein bisschen frech, kommt nur so lang weiter, bis die Braben auch was sagen. Es hat uns aber erstaunt, wie viel man weiterkommt. Und da ist es ja dann letztendlich auch so, je länger die so weitermachen, die wollen ja auch Freunde haben. Es sei denn, sie haben irgendwie verkappte Synapsen und da kommt dann wieder das Herdentier. Also das hältst du wahrscheinlich nicht lange durch, weil irgendwann wirst du isoliert. Und das ist dann irgendwie hoffentlich auch schwierig. Also wie sich das anfühlt Herdentier zu sein, das könnten wir jetzt nochmal zeigen. Denn wenn sie jetzt vorliegt, liegt die Mats vor. Fragen Sie doch immer in den Live-Sendungen, liegt die Mats vor? Dann können wir sie jetzt mal bitte kurz abfahren. Was ein Quatsch, dass wir das jetzt hier machen. Aber es hätte ja auch sein können, dass da dann plötzlich ein Loch kommt. Wir stehen auf, wir stehen auf. Das Experiment demnächst im NDR, was aber eine wichtige Sache ist. Weil demnächst in Deutschland ist ja Wahl. Ja. Und da müssen wir jetzt mal kurz ernst drüber sprechen. Denn wo liegt die durchschnittliche Wahlbeteiligung oder zumindest die bei der letzten Wahl? Hast du das jetzt noch? 71,5 Prozent. Also erschreckend niedrig. Weil dann, wenn man das sozusagen so ausrechnet, ist es quasi nur die Hälfte entscheidet. Also hat abgestimmt für 80 Millionen Menschen in Deutschland. Und ich habe mit ein paar Werbern und Medienleuten eine Initiative gegründet. Die nennt sich mit mir 90 Prozent in Anlehnung an die hohe Wahlbeteiligung in den 70er Jahren. um die Demokratie zu retten tatsächlich. Ich bin Grieche, irgendwo muss es ja kommen. Ja, aber ich finde das toll. Ich finde das super. Und wir haben unterschiedliche Aktionen. Wir haben einen Wahlkalender, weil ja am 24. September Wahl ist. Also haben wir jeden Tag ein Türchen, was sich öffnet, um auf die Wahl aufmerksam zu machen. Wo öffnet sich das? Auf mit mir 90%.de. Und dann verbreitet sich das viral. Wir haben aber auch Anzeigen geschaltet. Das ist alles kostenlos. Also keine Postkarten. Genau, Edgar Postkarten. Wir haben 700.000 Stück gedruckt mit sieben Motiven. Das war ein Wettbewerb, wo man sich bewerben konnte mit Motiven. Wir haben zum Beispiel eine Schule. Es geht ja auch um Erstwähler, die sich ja überhaupt nicht damit beschäftigen. Denen ist einfach nur wichtig, dass sie WLAN haben und irgendwie ein Handy, was aufgeladen ist. Und wir haben zum Beispiel eine Schulwahl, also eine Klassensprecherwahl gefilmt. Und mit anhand dessen, denen quasi suggeriert, so fühlt es sich an zu wählen. Damit die ein Gefühl dafür bekommen, was das eigentlich bedeutet. Also weil jeder, der wahlberechtigt ist, hat eine Stimme. Und wenn man die nicht abgibt, das ist so verschenkt. Man tut den einzelnen Parteien damit nichts, sondern man mobilisiert eher radikale Ränder dadurch. Und das ist das Problem. Und wir haben eine Aktion, die parallel dazu läuft, mach dein Kreuz. Wo wir alle Menschen auffordern, ihr Kreuz zu machen, wie auch immer. Das können wir auch alle hier machen, also hier alle in der Runde. Das dauert zehn Sekunden ein Kreuz zu machen. Das hält vier Jahre, um einfach zu sagen, mach das. Macht das Richtige, weil da steht auch auf einer der Karten sehr schön. Vier Jahre können ganz schön lang sein. Das stimmt tatsächlich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich mache jedes Jahr Briefer, weil ich immer Angst habe, dass ich dann am betreffenden Tag aus Versehen gar nicht in der Stadt bin oder irgendwie so. Und ich bin schon auch manchmal davor gesessen und habe mir gedacht, also was muss ich jetzt genau? Irgendwo da ein Kreuz da, aber die zweite Stimme da und die erste so. Also ich fände es auch schön, wenn es einem nochmal ein bisschen erklärt würde, genauer. Ja, das ist tatsächlich auch. Weil ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die wollen das Richtige und machen aus Versehen das Falsche oder stecken den Roten in den blauen Umschlag. Das ist irre, aber es ist nämlich alles gar nicht richtig zusammen. Das musst du dann falten, dann sollst du das zukleben. Dann denkst du jetzt einmal mit der Spucke drauf und dann ist es unmöglich. Ich dachte, ich denke auch, ich mache alles falsch, wenn ich das mache. Briefwahl. Ja, also da muss auch tatsächlich ein bisschen was getan werden oder halt in Richtung, dass man das vielleicht auch irgendwann über die Smartphones oder über eine App machen kann, wie auch immer. Gott, wenn wir jetzt schon mit einer App wählen. Ja, aber es muss halt irgendwie auch an die Jugend so ein bisschen angepasst werden. Ganz ehrlich, wenn ich die Wahlwerbespots sehe, die irgendwie vor den Tagesthemen oder vor der Tagesschau laufen, dann denke ich auch so, wir leben im Jahr 2017. Die sehen immer noch so aus wie vor 30 Jahren. Das gibt's doch nicht. Das muss man doch irgendwie alles mal so ein bisschen... Stimmt. Und de facto hatte Willy Brandt bessere Commercials als teilweise heute. Ja, also... Aber ich finde, man muss den Leuten immer sagen, es sind mal Menschen für die Redefreiheit und für die Meinungsfreiheit gestorben, dass wir so leben können. Genau. Das ist ja nicht irgendwie vom Himmel. Und das ist in Vergessenheit gerade. Die Demokratie ist wirklich anders und so ist gut. Also... Aber... Habt ihr dann auch nochmal so, sieht man da auf euren Seiten auch, es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ich würde ja wählen gehen, aber ich weiß nicht wählen. Ja, aber dann zumindest Protestpartei-Wähl gibt's ja auch. Es muss ja nichts Radikales. Und man kann ja, es gibt ja tatsächlich auch ein paar lustige Parteien. Es geht wirklich darum, die Stimme abzugeben und die nicht zu verschenken. Weil es... Weil es einfach so wertvoll ist. Aber mit dem Lustigen ist sie auch fast verschenkt. Als ich in Wien gelebt habe, war ganz spannend zu sehen, dass viele Wiener weiß gewählt haben. Die haben den Wahlzettel unkenntlich gemacht und damit ihren Protestausdruck verleiht. Und das war tatsächlich verdient. Und damit haben wir das tatsächlich sozusagen eine substanzielle Quote, die erreicht wurde, wo die gesagt haben, ich will gar nichts. Das passt für mich alles nicht. Aber ich war an der Urne. Ich war da. Sie sind rechtens hingegangen. Und war das dann ungültige Stimme? Ungültig, ja. Aber die wurden ja... Die hatten tatsächlich einen gewissen Prozentsatz erreicht. Und das ist schon enorm, dass man sagt, die sind so unzufrieden. Aber gehen hin und machen wirklich... Also geben sich die Mühe und sagen, ich bin politisch aktiv. Und wenn man als Ungültige sozusagen ja dann gewählt wird, dass man dann... Wie geht das dann? Dass man dann in der Region... Nee, die machen ja gar nicht. Die machen so... Die malen dir was drauf. Die schreiben vielleicht so Jan-Josef. Es ist Österreich, ich meine... Es ist alles möglich in Österreich. Aber zunächst mal freuen wir uns, dass wir alle die Möglichkeit haben, am 24. September zur Wahl gehen zu können. Und dass du das unterstützt, finden wir großartig. Und wir hoffen, dass du jetzt ein bisschen Lust gekriegt hast auf die NDR Talkshow und es öfter mal einrichten kannst, bei uns vorbeizustellen. Okay. Linda Zawakis. Kann man sagen, ein Leben ohne Smartphone, das ist heute kaum noch vorstellbar. Und vor 30 Jahren war es nichts anderes als eine reine Zukunftsvision, wie die Welt aussehen könnte. In der Zukunft, welche Rolle wir in dieser digitalen Welt überhaupt noch spielen. Spielen wir überhaupt noch eine Rolle in der digitalen Welt? Darüber macht sich der Physiker und Kabarettist ein wunderbarer Mann. Vince Ebert gedanken. Und wir freuen uns, dass er heute Abend mal wieder bei uns ist. Herzlich willkommen, Vince. Herr Vince, wir möchten zunächst mal einen Blick in deine Vergangenheit werfen. Du bist von Haus aus Physiker und es hat ein Schlüsselerlebnis in deiner Kindheit gegeben oder in deiner Jugend gegeben. Da hast du gewusst, ich muss Physiker werden, das ist meine Bestimmung. Also zunächst mal komme ich aus einem sehr ländlichen Gebiet, aus dem bayerischen Odenwald, aus Amorbach. Kennt das jemand? Ja. Natürlich. Eine der wenigen Städte, deren Stadtplan im Maßstab eins zu eins rauskommt. Also zehn Häuser, zwei Kirchen, der Rest der Trappen. Anders gesagt 4103 Nachnamen und ich wollte eben schon immer raus in diese große Welt. Und ich kann mich noch erinnern, als ich 17 Jahre alt war, bin ich mit ein paar Kumpels heimlich nach Frankfurt gefahren, so 90 Kilometer weit weg. Und da sind wir tatsächlich mit 17 Jahren in einen Stripclub gegangen, im Bahnhofsviertel. Und ich saß da mit großen Augen in der ersten Reihe und hab mir gedacht, drehen sich jetzt auf der Südhalbkugel die Stripperinnen an der Stange andersrum als hier? Und genau deswegen hab ich Physik studiert. Und das war das Schlüssel eigentlich. Zukunft is a Future. Das ist der Titel des Programms. Zukunft is a Future. Wie werden wir denn in 20, 50, 100 Jahren leben? Kann man auf diese Frage überhaupt als Physiker etwas Fundiertes sagen? Also Prognose in die Zukunft, da kann man sich ja wirklich in die Nesseln setzen. Das haben ja auch viele Experten schon. Also wir denken, dass es einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer gibt. Hat IBM in den 40er Jahren gesagt. Wer zum Teufel will Schauspieler sprechen hören? Warner Brothers. Lolita und ich bleiben für immer zusammen. Lothar Matthäus. Also das ist... Aber rein physikalisch gesehen, muss ich sagen, steht die Zukunft eindeutig fest. Da gibt's ne gute und ne schlechte Nachricht. Die schlechte, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass es mit unserem Universum unaufhaltsam und weg abgeht. Ja. Und spätestens seit Rammstein von Heino gecovert wurde, ist das auch jedem klar. Allerdings besagt der dritte Hauptsatz der Thermodynamik, du kannst den absoluten Nullpunkt niemals erreichen. Und das macht Mut. Egal wie beschissen es dir geht, es ist immer noch Luft nach unten. Das ist... Jetzt hast du in deinem Programm aber nachgewiesen, dass vieles, was uns die Technik verspricht oder versprochen hat, eben nicht eingetroffen hat. Dass eben Zukunft anders, Geschichte generell anders abläuft als prognostiziert. Ja. Zukunft läuft immer wirklich anders ab, als man denkt. Noch vor 10 Jahren zum Beispiel wurde Rudolf Mooshammer mit einem Telefonkabel erdrosselt. Das wäre heute rein technisch überhaupt nicht möglich. Aber es ist... Du hast jetzt gerade... Du hast gerade Amorbach... Ich hab gar nicht gewusst, das ist Amorbach... Es ist ein bayerischer... Es gibt ein bayerischer Teil vom Ohr. Aber so eine Zinfe ist das, oder? Ja, ja, genau. So der letzte Schwanz vom Löwen. Ähm... Wie hast du denn als 10-Jähriger in Amorbach die Zukunft vorgestellt? Ich hab natürlich so diese klassischen Science-Fiction-Themen gehabt. Also ich hab gedacht, Zeitreisen sind irgendwann mal möglich. Im Odenwald fährst du 40 Kilometer nach Aschampurch, da bist du in der Zukunft. Aber als ich dann mit dem Studium begonnen habe, hab ich gemerkt, dass ganz viele von diesen klassischen Science-Fiction-Themen beamen und sowas, dass das technisch oft nicht realisierbar ist. Also wir alle kennen den Film Illuminati. Ja, frei. Der erzeugt ja am CERN eine attraktive Teilchenphysikerin so viel Antimaterie, dass man damit ganze Großstädte auslöschen kann. Und das ist natürlich wissenschaftlich gesehen vollkommener Quatsch. Ich habe zwölf Semester Physikstudier, aber noch nie eine so attraktive Teilchenphysikerin gesehen. Vieles ist nicht möglich. Jetzt ist es unbestreitbar. Die Digitalisierung bestimmt unser Leben mehr und mehr und vor allem auch den Alltag. Jetzt ist eine unweigerliche Folge, dass Unternehmen immer mehr auch Daten von uns sammeln. Auf jeden Fall. Mit welchen Folgen? Also da ist jetzt schon Gespenstisches möglich. Also Walmart, diese Handelsriese, die sammeln seit Jahren Kundendaten und die können inzwischen, ist kein Witz, aus dem veränderten Kaufverhalten von jungen Frauen erkennen, ob diese Frauen schwanger sind. Und zwar früher, als den Frauen selbstbewusst ist. Ach, wie geht das? Ja. Wenn die dann eben unterschiedliche Sachen kaufen, also Gurken oder irgendwas, dann weiß dieser Algorithmus, die sind schwanger. Und das macht mir persönlich ein mulmiges Gefühl. Ah doch. Deswegen schlage ich seit einiger Zeit zurück und kaufe einmal die Woche im Supermarkt Produkte, die überhaupt nicht zusammen passen. Also eine Flasche Weizenkorn, zwei Rollen Zahnseide und die Emma. Und dann steche ich mir vor, diese Datenbank-Experten von Rewe vollkommen verwirrt auf dieser bizarre Einkaufsliste starren. Was zum Teufel ist das für ein Konsument? In welcher soziodemografische Cluster gehört der? Ist der vielleicht sogar schwanger? Man weiß es nicht. Ja, Josef, macht dir das Angst, dass deine Daten gesammelt werden? Zunehmend? Ist das für dich ein... Ich find's schon... Also ich find's schon erstaunt. Mich würde erstmal noch nicht so sehr das Sammeln stören. Aber was mir schon... Worüber ich mir Gedanken mache, ist, was passiert damit und wer wertet die aus? Und was kommt dabei raus? Also das ist ja heute... Heute funktioniert das ja zum großen Teil noch auf eine sehr missglückte Art und Weise. Also du kaufst einmal, erkundigst du dich im Internet nach Waschmaschinen und dann siehst du die nächsten drei Monate, egal was du guckst, irgendwie immer Waschmaschinen. So als würde man jeden Tag eine Waschmaschine kaufen wollen. Das ist irgendwie noch so ein bisschen schwachsinnig. Aber ich glaube das wird besser werden und kompliziert werden. Und irgendwann... Ich bin ja dafür, eine Suchmaschine zu erfinden, die alles findet, was du nicht suchst. Super. So wie im richtigen Leben, weil du kriegst ja dann irgendwann nur noch... Du bestellst Joghurt und was weiß ich, eine Gartenschaufel und dann denkt der Algorithmus, du magst auch andere Menschen, die Joghurt und Gartenschaufel mögen und das ist der Ausschnitt der Welt, der dir zukünftig immer nur noch eingespielt wird. Und du denkst, die ganze Welt mag Joghurt und Gartenschaufeln. Ich bin glücklich, das ist eine schöne Welt, in der ich lebe. Und ich finde, man müsste sagen, wenn man sagt, ich will ein Hotel in Paris, dann müsste die Suchmaschine alles andere ausspucken, bloß kein Hotel in Paris. Und damit man etwas Neues sieht, womit man nicht gerechnet hätte. Besteht denn in naher oder auch in ferner Zukunft die Gefahr, dass Computer intelligenter werden als wir Menschen und die Kontrolle über uns auch dann letztlich übernehmen? Naja, das war ja schon mal, in Amerika war das schon mal der Fall. Da wurde Kalifornien acht Jahre lang von einem Terminator T800 regiert. Und das könnte auch bei uns in Deutschland kommen. Sind euch schon mal diese ruckartigen Bewegungen von Klaus Kleber im Heute-Journal aufgefallen? Noch nicht. Ich persönlich glaube ja, das ist kein Mensch, das ist ein Avatar, der auf einem alten Betriebssystem von Florian Silbereisen läuft. Aber ich weiß es, das ist... Aber du hast ja durchaus auch eine optimistische Vision. Du sagst es am Ende auf die Frage, wie intelligent kann der Mensch sein, dass er dem Computer immer überlegen ist. Warum? Was macht dich da so? Also diese Systeme, die können zwar mittlerweile lernen, aber sie verstehen nicht, was sie lernen. Und das ist eine typisch menschliche Eigenschaft. Also bis zum heutigen Tag versteht tatsächlich kein Computer eine einfache Kindergeschichte, die man ihm vorliest. Prozessoren wissen auch nicht, dass man zum Beispiel nach dem Tod nicht mehr zurückkommt. Oder ganz banal, dass man mit einem Bindfaden ziehen kann, aber nicht schieben. Eine simple Fruchtfliege hat kaum mehr als 100.000 Neuronen. Das ist ein Bruchteil der rechter Kapazität von einem iPhone. Aber damit kann sie problemlos in drei Dimensionen navigieren, Looping-Manöver durchführen und unseren Hausmüll in einen Zwinger-Club verwandeln. Den Hausmüll in einen Zwinger-Club verwandeln? Lass es ein! Lass es ein! Lass es ein! Lass es ein! Aber, jetzt ist aber unbestreitbar, dass beim Schach der Computer gewinnen kann. Selbst gegen sehr gute Spiele. Ja, absolut. Das ist natürlich beeindruckend. Aber ist eine Maschine, die uns im Schach oder im Brettspiel Go schlägt, wirklich intelligent? Ich finde, sie wäre dann intelligent, wenn sie sagen würde, ich habe jetzt keine Lust mehr auf Go, ich möchte lieber Pokémon Go spielen. Denn um sowas zu tun, bitte? Nee, entschuldige. Um sowas zu tun, braucht man tatsächlich was typisch-menschliches. Das ist ein Bewusstsein. Also eine Vorstellung davon. Aber ist nicht der Vorteil an so einem Computer, dass er keine Interessen verfolgt, sondern einfach wirklich nüchtern nur rechnet, was ist der nächste logische, sinnvolle Schritt aus verschiedenen Fakten raus? Absolut. Und nicht sagt, das wäre logisch, aber das mache ich nicht, weil ich den nicht leiden kann. Und so etwas tut er ja nicht. Und deswegen sind Computer auch in bestimmten Dingen toll, weil sie einfach Rechenschritt für Rechenschritt abarbeiten. Aber wenn es um Kreativität, um was Neues, um Fantasie geht, um das, dann da, das ist was typisch-menschliches und das kriegt bis zum heutigen Tag keinen Grund. Hat er ehemals ein Computerhumor gehabt? Genau. Nein. Ich habe mir letztens mal von Alexa zwei Witze erzählen lassen. Von dieser Alexa. Alexa, erzähl mir einen Witz. Es war ein super Abend. Es war ein super Abend. Also wir in unserem Kulturkreis gehen davon aus, dass wir immer mehr verzichten, reduzieren müssen, dass wir nachhaltig leben müssen. Deswegen träumen wir ja auch von einem ökologisch korrekten Leben. Vorsicht, der Torben greift in die Steckdose. Ach, macht nix, ist Ökostrom. Also so diese Geschichte. Und da haben wir tatsächlich wirklich viel geschafft. Das muss ich jetzt auch mal sagen. Also bin neulich mit dem ICE gefahren, da haben die mir diesen Tarif Umwelt Plus angeboten. Damit können sie von Frankfurt nach Berlin mit Ökostrom fahren. Ohne diesen Tarif mit normalem Strom. Und das finde ich beeindruckend. Die Deutsche Bahn hat das geschafft, die Stromversorgung in dem ICE so zu individualisieren, dass jeder Reisende abhängig von seinem Tarif seinen eigenen Strom bekommt. Das ist Deutschland. Jetzt ist eine Frage, die du in deinem Programm immer wieder aufwirfst. Ist Verzicht, Konsumverzicht eine Zukunftsstrategie? Naja, also ich meine, wenn man sich jetzt mal die Natur anguckt, die verzichtet ja nicht. Die reduziert auch nicht. Also ein Kirschbaum im Frühling ist kein Verzicht. Im Gegenteil, der blüht. Der ist total verschwenderisch. Aber in seiner Verschwendung schafft er Leben für 200 andere Arten. Und ich finde, genau so könnte eigentlich eine kluge Zukunftsstrategie aussehen. Es muss also weniger um Reduzierung und Vermeidung, sondern mehr um Fantasie, um Kreativität gehen. Um Pioniergeist. Um Pioniergeist. Aber woran macht sich das fest? Ich nenne sehr, sehr gerne diesen Mann John F. Kennedy, der trat 1961 vor sein Volk und sagte, innerhalb dieser Dekade fliegen wir auf den Mond. Damals totale Science Fiction. Und acht Jahre später haben die das gemacht, praktisch ohne Computertechnologie. Die hatten einfach nur den unbedingten Willen und den nötigen Pioniergeist. Und heute sitzen in Deutschland bei jedem Mini-Projekt. 20 Controller, 50 Juristen, 10 Nachhaltigkeitsexperten, die alle möglichen Risiken und Gefahren prüfen. Und eine Gleichstellungsbeauftragte sorgt dafür, dass das alles politisch korrekt so gilt. Und so fliegst du eben nicht auf den Mond. So fliegst du noch nicht mal von Berlin irgendwo hin. Jetzt hat ja Jan-Josef Liefers gerade richtig gesagt, der Computer macht nichts anderes, als im Grunde den nächsten Schritt zu bewältigen, den man ihm eingibt. Und da macht er ja im Regelfall keine Fehler. Der Mensch macht aber schon Fehler. Absolut. Ist das ein Manko in der Zukunft, also in der Bewältigung der Zukunft? Ich finde, es ist ein totaler Vorteil, finde ich. Also wenn man zum Beispiel, große wissenschaftliche Erfindungen sind oft das Ergebnis von Fehlern gewesen. Porzellan wurde erfunden, weil die Alchemisten eigentlich Gold herstellen wollten. Tesafilm sollte Heftpflaster werden. Viagra wurde entdeckt, weil männliche Versuchspersonen Herzmedikamente in der Testphase partout nicht mehr absetzen wollten. Also der wissenschaftliche Beweis der Wiederauferstehung sozusagen. Und ich denke eben, ich glaube Wittgenstein hat mal gesagt, wenn der Mensch nie etwas Bescheuertes gedacht hätte, wäre auch nichts Vernünftiges entstanden. Fehlauf war es auch Dieter Bohen, ich weiß es nicht. Aber da ist was dran. Wir sind deswegen so erfolgreich, weil wir ausprobieren, weil wir Fehler machen, Fehler korrigieren und dadurch auf neue Ideen kommen. Was sind deine... Judy Ellen hat glaube ich gesagt, Zukunftsplanung ist das Ersetzen des Zufalls durch Irrtum. Genau. Was sind deine ganz persönlichen Zukunftspläne, Vince? Ich werde in zwei Jahren ein Jahr nach Amerika gehen mit meiner Frau. Doch. Ja. Weil am Anfang war das eher so eine Idee, ich mache mal ein Sabbatical. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, ich beackere dieses Thema Wissenschaft auf Deutsch. Das könnte doch eigentlich auch ein internationales Thema sein. Michael Mittermeier hat das gedacht. Michael Mittermeier macht das. Genau. Ich halte mittlerweile schon relativ, so Firmenvorträge halte ich schon auf Englisch. Und ich war vor drei Wochen in Schottland in Edinburgh auf einem Fringe Festival und habe da in einem kleinen Club fünf Tage am Abend Comedy auf Englisch gemacht. Wow. Und ich habe mir in die Hosen gemacht vor Angst. Aber das hat super funktioniert. Ich bin jetzt richtig angefixt und ich will einfach sehen in Amerika... Ich träume da jetzt nicht von einer großen Karriere. Mega. Hollywood. Ja, genau. Magic. Aber ich will einfach hingehen... Aber ich kenne Schottland ganz gut. Die trinken häufig ein Bier und sitzen dann im Park. Genau. Man muss sie nicht knacken. Die sind dankbar, wenn jemand... Ja. Und wenn man sich dann ein bisschen über den deutschen Humor lustig macht, den wir ja nicht haben... Super. Dann so. Deutsche Humor ist wie holländisches Parfum. Gibt es jetzt wunderbaren Satz. Also wenn du wieder da bist, dann erzählst du uns von deinem... Absolut. Und das würde uns sehr freuen. Vince Ehwald ist da, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ich freue mich jetzt auf eine ganz besondere Frau, von der es mir persönlich eigentlich ganz wurscht ist, um es mal auf Österreichisch zu sagen, ob sie demnächst mit langem Haar, mit kurzem Haar, mit oder ohne Bart zu. Uns kommt Hauptsache sie ist da. Conchita! Wir haben es ja gerade eben schon ein bisschen besprochen, weil Michael hat gesagt, es war schwieriger in der Arbeit oder komplizierter in der Annäherung an dich in seinem Projekt, weil er es mit einer Kunstfigur zu tun hatte. Was ich übrigens total verstehen kann, wir haben auch manchmal, wenn du... Es gibt so eine Art von Kunstfiguren, da weiß man immer nicht wirklich, du bist ja eine authentische Kunstfigur eigentlich. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, du willst der Authentizität ein bisschen näher kommen. Also ich glaube, ich war früher definitiv mehr Kunstfigur als ich das jetzt bin. Ich habe Conchita phasenweise zu einer Präsidentengattin gemacht und das bin ich bei Gott nicht. Aber es hat Spaß gemacht und ich habe einfach viel ausprobiert und ich bin in einer Entwicklungsphase, in der ich nicht weiß, ob ich in einem Jahr noch eine Perücke tragen will oder nicht. Und deswegen... Wie das ist eine Perücke? Ja. Das ist jetzt stark sein. Aber wenn du sie nicht mehr brauchst, dass es mir geht, dann hätten wir das auch in der Tag schon. Natürlich. Genau, da gibt es ganz viele, die sich schon angemeldet haben. Conchita ist in der glücklichen Lage sagen zu können, wie Dolly Parton auf die Frage, wie lange ihre komplizierten Frisuren eigentlich dauern, hat Dolly Parton gesagt, keine Ahnung, ich bin nie dabei. Ich glaube, Kunstfigur sein ist wahrscheinlich manchmal anstrengend, oder? Es war extrem anstrengend. Ich sage wahr, weil ich definitiv jetzt in vielem authentischer bin, als ich das vielleicht vor zwei Jahren noch gesagt oder getan hätte. Es hat aber auch Spaß gemacht. Es hat mir sehr, sehr viel über das Frausein gelernt. Also vor allem auch in Situationen zu kommen, wo ich merke, ach, der Patriarchat, der ist immer noch knallhart vertreten. Also ich selbst habe ja aus freien Stücken irgendwie High Heels getragen, ein Mieder, enge Kleider, meine männlichen Geschlechtsorgane hingeklebt, wo man sie nicht hinkleben sollte, um meine Illusion aufrechtzuerhalten. Und ich war mit sehr, sehr vielen talentierten, wunderschönen, intelligenten Frauen, wie soll ich, arbeitend, verbunden. Und dann merkt man auf irgendeine absurde Art und Weise, wie man trotzdem anders behandelt wird. Und ich dann merke, ach ja, ich bin ja eigentlich noch ein weißer Mann. Und so sehen mich dann Regisseure oder Choreografen und die daneben stehenden Tänzer, Tänzerinnen, die weitaus talentiert sind als ich, werden dann einfach anders behandelt. Ach ja, das ist wirklich interessant. Ja, das war mir auch nicht bewusst. Also ich bin ja auch nicht in das reingegangen, um jetzt die Frauen zu studieren oder unsere Gesellschaft. Aber das ist schon sehr spannend, wie viel ich da mitnehmen konnte aus eigentlich einem Satz, der lautete, ich bin zu faul, mich zu rasieren. Und so ist Conchita entstanden vor einiger Zeit. Und dafür sind wir ja auch ganz dankbar. Und wir gehen den ganzen Weg einfach mit. Mal gucken, wo er endet. Hast du schon eine Ahnung, wo das am Ende rauskommt? Und hast du... Ich glaube, du machst das doch ganz gut. Ehrlich gesagt, ich würde jetzt gar nicht so eine wahnsinnige Veränderung merken, weil du bist ja immer noch die, die wir auch erwarten. Ich glaube, da passiert ja viel im Inneren. Kriegen das die Leute von außen überhaupt so mit? Doch, ich merke schon, dass ich immer wieder Erwartungshaltungen enttäusche. Also viele kommen dann, ach, die hat kein Kleid an. Ach so, okay. Oh, keine hohen Schuhe, Moment. Ach so, ach so. Ja, und das sind eben so Dinge, die... Ja gut, aber du bist jetzt immer noch kein Kerl. Also, wenn ich das sagen darf. Also... Aber die Veränderung verziehst du langsam. Ja. Ach so, das ist ja auch kein Plan, um ehrlich zu sein. Das passiert einfach so. Und ich habe mich ja vielen Dingen entledigt, die mich mittlerweile stören würden oder einschränken würden. Und ich lasse mich von nichts und niemanden einschränken. Bist du... Ja... Hast du... Mir fängt gerade an, wir haben mal einen... Es gab mal einen Tatort, der hieß, zwischen den Ohren. Und da ging es darum, wo entsteht Geschlecht eigentlich? Deutschland war eines der wenigen Länder weltweit, das Menschen vorgeschrieben hat, dass sie, selbst wenn sie mit beiden Geschlechtsmerkmalen zur Welt kommen, sich irgendwann zu entscheiden haben, was sie sein wollen. Es gibt Länder, da wird ganz selbstverständlich ein drittes Geschlecht akzeptiert sozusagen. Und da ging es darum, wo entsteht das überhaupt eigentlich? Zwischen den Beinen oder zwischen den Ohren? Und im Kopf? Würdest du das bestätigen? Ja, definitiv. Definitiv. Aber... Du bist dir ja ganz sicher, welches Geschlecht du hast. Ich bin mir ganz sicher. Ich bin wahnsinnig gerne ein schwuler Mann. Das macht mir sehr viel Spaß. Daran wird sich doch auch nichts ändern, oder? Nein. Okay, gut. Jetzt fange ich an, mir Sorgen zu machen sonst. Du bist... Wie ist das, wenn man als Conchita in dieser Rolle auch angeflirtet wird von Männern? Also, hast du dich da wohl gefühlt? Bist du eine sexuelle Conchita oder ist das sozusagen geschlechtslos? Ähm... Ich habe und flirte immer noch wahnsinnig gerne. Und als Conchita fällt mir das wesentlich leichter. Ähm... Ich... Wie soll ich sagen... Wenn ich von Männern angeflirtet wurde, habe ich das sehr genossen. Wenn ich von Frauen angeflirtet wurde, das hat mich immer irgendwie... Das war befremdlich. Also, ich hatte schon auch Situationen, wo ich gemerkt habe... Gut, die kommt mir jetzt einfach so unangenehm nahe. Und... Aber auch mit so einer... Mit wirklich einer irritierenden sexuellen Spannung. Ja, ich kenne das von mir auch. Das passiert mir auch nicht. Das passiert mir auch nicht. Entschuldigung. Aber... Also, das war dann wirklich ernsthaft eine unangenehme Situation. Aber mit Männern flirte ich wahnsinnig gerne. Okay, gut. Also, dass wir das auch klarstellen an der Stelle. Nicht, dass man sich jetzt da künstlich zurückhält. Man kommt allerdings auch, muss ich ehrlich sagen, als Frau natürlich wahnsinnig ins Schwärmen, wenn man dich sieht, wenn man dich vor allem auf der Bühne sieht. Mit welchem Gefühl betrittst du eine Bühne? Ist das... Es gibt ja die unterschiedlichsten Arten von Menschen, die auf Bühnen gehen. Die einen haben Panik, die nächsten haben Angst, die anderen wollen... Ich bin immer so, ich will Scharps und mit den Hufen. Ich will dann eigentlich auch raus. Zu welchen gehörst du? Ich hatte immer so ein bisschen... Ich bin immer so ein bisschen in der Situation, dass ich mich beweisen muss. Also vor allem nicht mal wirklich, wenn man mich dann schon länger kennt, auch wie in Österreich, wo die auch wissen, wer ich bin und was ich mache. Aber ich bin schon immer wieder... Ich habe das Gefühl, ich muss immer so ein extra Schäufchen drauflegen und ich muss immer so extra gut sein oder extra lustig. Was in mir eine wahnsinnige Motivation hervorruft und eine Gier auf der Bühne zu sein, weil ich weiß, dass ich das kann. Und deswegen genieße ich es sehr, auf der Bühne zu stehen, weil das ist für mich so ein bisschen der Ansporn von wegen... Und dir zeige ich es jetzt auch noch. Bist du... Woran denkst du, wenn du singst? Bist du immer ganz bei der Sache? Ähm... Jein. Also es gibt Songs, die catchen mich zu 100% und da erzähle ich wirklich diese Geschichte. Manche Lieder sind ein technischer Ablauf. Ja gell, dann denkt man... Ich habe manchmal so bei manchen Liedern in so Konzerten mir gedacht... Ich glaube, ich habe keine Butter mehr. Ja wirklich. Und es ist da lustig, weil man fast anfängt zu lachen. Nein, das würdest du nicht tun, Lieder. Nein. Gar keinen. Alle fünf Minuten in meinem Leben frage ich mich, was würde Barbara jetzt tun? Jetzt erzählst du sowas. Sowas, ja. Ja doch, manchmal habe ich ans Frühstück so gedacht. Also hauptsächlich Essensthemen. Und die Leute gehen mit und du singst und du denkst so, hm, Bacon and Eggs. Wo du definitiv komplett bei der Sache bist und auch total gecatcht bist, ist bei deinem Auftritt in Sydney. Wie könnte man sich auch anders verhalten als so, wie du es getan hast? Du bist in dem großartigen Opernhaus in Sydney aufgetreten, was wirklich bombastisch ist. Wir haben davon ein paar Bilder. Es ist wirklich toll. Das ist was I am. And that's what I always be. I don't wanna be silent. Cause this is my destiny. He fills my heart. He fills my heart. With many special things. With ancient songs. With all the magic you are. I will rise like a phoenix. Cause you're my flame. The magic you are. I will rise like a phoenix. Toll! 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 Ich hab Conchita eben beobachtet, wie er sich selber zugeguckt hat, du hast ein ganz weiches Gesicht gehabt. Gibt es Momente, wenn du da stehst in der Oper in Sydney und du weißt, wo du herkommst und du weißt, was du auch durchlitten hast, in einem kleinen österreichischen Dorf, wo du einfach einen wahnsinnigen Stolz hast und eine Genugtuung, das hab ich geschafft. Weil dieser Weg ist einmalig, den gibt es kein zweites Mal. Hatte ich das? Ich weiß nicht. Also Genugtuung, das verspüre ich irgendwie nicht, weil das mache ich ja alles nur für mich. Ich bin ein sehr egoistischer Mensch. Aber es war, ich meine, das ist ein Ritterschlag. Also wenn man da aus verkauftem Haus singen darf. Standing orations! In Sydney! Ich bin tatsächlich sehr, sehr, sehr stolz und immer noch wahnsinnig privilegiert, dass ich dort eingeladen wurde und mit Orchester zu musizieren bin. Du bist nicht privilegiert, du hast es verdient. Also, Jan-Joseph, das ist... Ich war immer mal, in dem Konzert, wo ich dich ja auch besucht habe, da hattest du noch gar nichts gemacht. Du kamst nur rein und die Leute sind komplett das Ganze aufgestanden und es gab Standing Orations. Es gibt ja nur bei amerikanischen Divas eigentlich. Jan-Joseph, die Frage ist nicht an den Schauspieler, sondern an den Musiker gerichtet. Gibt es eine Bühne, wo du sagst, da würde ich gerne mit der Band mal auftreten, das ist so ein... Mhm, meine Ziele stecken im Moment noch etwas bescheidener als Sydney. Ähm, die Waldbühne in Berlin, das wär erstmal... Ja. Oh, komm! Die Waldbühne in Berlin! Nicht unbekannte Rockwein, die Stones waren da gelegentlich. Ja, nein, nein, nein. Aber... Ja, hey, es ist... Dieser Beruf, wenn man den ergreift, dann ist man auch ein Träumer, man ist nicht ein Realist. Also wenn man ein Realist wäre, würde man diesen Beruf, egal welchen, nicht ergreifen, weil er realistisch betrachtet, sagen wir mal, ein Computer würde ausrechnen, würde immer sagen, abraten. Er würde sagen, lass es, mach was Vernünftiges, Junge, so wie der Opa früher oder so. Und deswegen gehört ein großer Anteil von Traum dazu und wenn man aufhört zu träumen und wenn man das nicht mehr macht, dann hat man es hinter sich, glaube ich. Das stimmt, du, wir können aber noch weiter träumen, denn Conchita kommt nach Berlin und nach Hamburg. Ja. In diesem oder im nächsten Jahr? In diesem Jahr. In diesem Jahr schon? In diesem Jahr. Sag nicht in die Waldbühne. Was erwartet uns? Zwei Mal hintereinander ausverkaufen. Nein. Ich habe zwei Konzepte, was meine Konzerte anbelangt, das eine mit meiner Band und das andere mit Orchestren und das sind auch zwei unterschiedliche Dinge, das eine ist ein bisschen unfrisierter, das andere ist ein bisschen herrschaftlicher. Ja, aber du kommst herrschaftlich nach Deutschland mit Orchester. Ich komme herrschaftlich nach Deutschland mit Orchester, ich freue mich sehr darauf, bin auch sehr ehrfürchtig, ich habe große Ehrfurcht vor der Klassik und versuche mich als Pop-Häßchen da irgendwie durchzuschummeln. Ne, 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 komm, also wenn hinter dir ein Orchester sitzt, oder, ich meine, es gibt doch keinen erhebenderen Moment als den, da stelle ich mir das, ich stehe mir das einfach toll vor, mit so einem Orchester zu singen. Bitte komm unbedingt, ich würde mich sehr freuen, was ich bei meinen Konzerten immer sehr gerne mache, ist, dass ich auch, ich rede wahnsinnig gerne und ich rede unfassbar gerne über mich und erzähle eben Geschichten, die mir so passiert sind über die letzten Jahre und ja, Jean-Paul Gaultier, Katharine Duneuf, wenn man mit mir zu Abend ist, dann muss man damit rechnen, dass ich das dann auch bei meinen Konzerten weiter erzähle und es sind wahnsinnig lustige Geschichten, die mir passieren. Ach, das finde ich ja großartig, also das gucken wir uns an, From Vienna with Love heißt das Ganze ein bisschen angelehnt, das ist auch James Bond, wenn du da auf der Bühne stehst. Wir wollen uns jetzt natürlich das nicht entgehen lassen, dass du ein bisschen was für uns singst, bist du, bist du optimal vorbereitet? Ja, ich bin vorbereitet. Willst du dich umziehen? Nein, alles gut. Nein, okay, gut, also ich würde es verstehen, wenn du sagst, ich zieh mir noch schnell was anderes anschauen. Dann darf ich dich schon mal bitten, du auch immerhin auf Position gewesen und wir freuen uns auf eine ganz, ganz spezielle Version von Rise Like a Phoenix, was dich 2014 zum Weltstar gemacht hat. Du hast deinen Gitarristen mitgebracht? Severin Druckbacher. Und wir freuen uns schon jetzt auf die Konzerte in Berlin und Hamburg. Vielen Dank. Yes, ich sympathisch. Marketang. Musik Musik Once I'm reborn I rise up to the sky You threw me down, but I'm gonna fly And rise like a phoenix Out of the ashes seeking Rather than vengeance Retribution, you were born Once I'm transformed Once I'm reborn You know I will rise Like a phoenix Cause you're my flame I will rise I will rise I will rise I will rise Niemand erklärt medizinische Themen im Fernsehen so plausibel, unterhaltsam und so nachvollziehbar wie er. Im Internet erreichen seine Ratgebervideos alle Rekorde im NDR Fernsehen, gibt er in eigenen Sendungen regelmäßig Tipps und jetzt sogar in Quizform. Die gute alte Quizform. Wir freuen uns, begrüßen sie den einzigartigen. Barbara ist ein Fan von ihm. Es ist ihm jetzt peinlich, das solltet ihr zu denken geben, aber Barbara ist ein großer Fan wie Dr. Johannes Wimmer. Du bist ja ein beschlagener Mann, ein beschlagener Showhase und gleichzeitig ein... Ein beschlagener Mann, ein beschlagener Mann, ein beschlagener Mann. Soll man das Schirmer sagen? Das ist eine... Ich kann Ihnen mit der deutschen Sprache eine Reterosität umgehen. Ja, ja, ja. So, die Frage ist jetzt... Es ist schwer. Gab es für dich als Arzt in diesem Quiz irgendetwas, was du nicht gewusst hast, was du dazu gelernt hast? Doch, ja, reichlich. Das sind ja Fragen, die man auch manchmal stellt, wo man sich selber denkt, das lernst du nicht an der Uni. Das ist einfach auch mal richtig nettes Nebenbei-Wissen, wo man sich... Das braucht eigentlich kein Schwein, aber es ist im Quiz natürlich genau richtig aufgehoben. Wir haben aber den Fokus schon darauf gelegt, dass man sagt, was sind also die Dinge, die wirklich Menschen interessieren, weil es auch jeden ereilen kann. Und auch so ein bisschen... Ich mag das ja nicht wegen der Show, sondern ich möchte ja Menschen erreichen und ihnen Gesundheitswissen vermitteln. Ja. Was müssen die Leute eigentlich wissen? Das ist ja eine wunderbare Idee, also Medizin und Quiz zu vermählen. Das ist ja eine wunderbare Idee. Das startet am Mittwoch. Ja. Dein Quiz. Es heißt Dr. Wimmers Medizin-Quiz. Ich muss doch nicht echt dauernd einmischen. Und zwei Teams treten gegeneinander an? Ja, es ist herrlich. Es sind zwei Zweierteams und die müssen dann gegeneinander antreten. In diversen Kategorien. Ja. Das Grandioseste ist am Anfang direkt, dass echte Patienten in die Show kommen. Also Menschen, die wirklich das Problem hatten. Und die schildern ganz kurz, was ihr Problem ist und dürfen nur mit Ja oder Nein antworten. Also Realbedingungen, wie in einer Notaufnahme oder in einer Praxis. Für vier Patienten hat man zweieinhalb Minuten Zeit. Ja. Das schafft jeder gute Autopäde. Wo steht der ein Kassenpatient? Das genau. Die Kassenschweine werden so durchgeschrubbt und dann hat man... Herr Doch, dann bin man mit solchen Äußerungen... Michael, du bist ein Kasse? Ja, ich bin ein Kasse. Du wirst durchgeschrubbt. Ich werde durchgeschrubbt. Und dann hat man halt eben... Es ist erstaunlich, es ist erstaunlich, wie... Das medizinische Fachwissen der Norddeutschen ist überrangt. Das darf ich. Die Bühne ist deine. Gib uns doch mal einen Eindruck. Oh, wir quizzen. Ja, quizzen mal. Geh doch mal los. Oh Gott. 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 Konchita, Konchita. Wie lange sollte man nach dem Essen warten, bis man schwimmen geht? A. Mindestens zwei Stunden. B. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Korrekt. Sehr gut. Linda, kann die Blase wirklich platzen? Ich würde jetzt aus eigener Erfahrung sagen, nein. Ja, man hat es ja nicht gesehen, genau. Sie kann nicht platzen, korrekt. Ich bin ja gerade kurz raus, mir wäre es fast passiert. Aber es ist ja tatsächlich, also solange es nicht von außen verschlossen wird oder sowas geht es eigentlich nicht. Man lässt dann irgendwann eloquent ein und das ist dann schon... Linda ist erleichtert. Linda ist erleichtert. So, Vince, Vince. Ist gerades Sitzen auch gesundes Sitzen? A. Ja, B. Nein. Nein. Korrekt. Wunderbar. 135 Grad leicht zurückgelegt ist ideal für den Rücken. 135 Grad von wo ausgehend? Ja, von gerade natürlich. Also, wenn das dein Geodreieck wäre, dann legst du es so hin und dann sind das 135 Grad. Ach so, ich bin verstanden. Ach so, ich bin verstanden. Ach so, ich bin verstanden. Ja, sag mal, kommst du mich hin. Ist das so ein Job, den ich in 135 Grad erledige? Das weiß ich nicht. Das musst du mir sagen. Nichts auf dem Hand auf jeden Fall. Jan-Joseph, kann ornanieren Prostatakt? Gibt es vorbeugen? Ja oder nein? Verhindern oder machen? Vorbeugen. Ich würde jetzt einfach aus sozialen und gesellschaftlichen Gründen sagen ja. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Das ist eine Studie 2003, da wurden wirklich zig Menschen untersucht, über 70 Jahre und ornanieren hilft. Die Australier haben gesagt, die Röhre putzen. Das ist ganz hervorragend. Das wäre interessant. Das wäre interessant. Also man muss nicht ornanieren, es zählt jede Art von Geschlechtsverkehr. Ach schon. Mit sich selbst oder mit anderen. Genau. Es gibt ja auch Leute, die sagen, man kann nur guten Sex mit anderen haben, wenn man auch mit sich selber haben kann. Ja, das stimmt. So. Adrienne, die eigenen Popel zu essen ist a gesund, b schädlich? Sicherlich nicht schädlich. Wunderbar. Warum ist das gesund? Weil wir doch heute hier, alles ist sauber und geputzt, gar keine Antigenvielfalt mehr. So ein Popel, der boostet das Immunsystem. Da brauchst du gar keinen Smoothie trinken. Zack, ein bisschen Popelfutter. Du schmeckst auch grün. Oh, bitte. Na ja, Jan, du, du, es gibt eine Riesenstudie, dass Allergien bei Kindern, die in der DDR aufgewachsenen, deutlich geringer ausgeprägt sind als in Westdeutschland. Weil halt eben einfach dort mehr draußen gehen. Weil ihr die ganze Zeit noch tot. Das darf ja nicht. 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 So war das. Ich war sehr mal nice. Ich war keine. Mach weiter. So mach weiter. Magi und Bill, was ist gesünder, Nase hochziehen oder Nase kräftig schnauzen? Kräftig schnauzen. Nein! Damit donnerst du ja die ganzen Krempel in die Nasen nebenhöhlen. Und Michael, schläft man bei Vollmond wirklich schlechter? Nein. Korrekt. Das ist eine große Irrglaube. Aber das ist sozusagen wie, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, der Berg zum Propheten und so weiter. Wenn man natürlich stark genug dran glaubt, dann funktioniert es. Ach, das ist richtig. Bei Vollmond schläft man gleich gut? Ja. Und es kommen auch nicht mehr Kinder zur Welt. Und dann die Haare. Aber Moment. Aber Schlaf ist ja das Normale. Mit Wehrwölfen. Hier, warst du nicht Wehrwolf in deiner Sendung vielleicht? Wieso? Mit dem Pudel gekreuzt, der Krieger. Ich habe so viele Bilder gesehen, ich habe das alles ineinandergebracht. Absolut. Das war ich, ja. Aber warum ist Schlaf in unserer Gesellschaft so ein Problem? Ich bin umgeben von Menschen, die sagen, ich habe Schlafstörungen. Echt? Die schlecht schlafen. Wer schläft denn von uns schlecht? Hand hoch. Ich weiß, woran es liegt. Ich habe Kinder. Aber das ist der Zustand der chronischen Ermüdung. Das ist herrlich. Also die meisten Menschen schlafen tatsächlich schlecht oder ab und zu mal schlecht. Und das ist ein Riesenthema. Aber wir machen halt auch alles falsch, was man falsch machen kann. Gib mal ein paar Tipps. Nachts guckt man aufs Smartphone. Dieses blaue Licht sorgt für Alarmsignale im Kopf. Ah. Also das wirklich, das durchfräst die Augen direkt ins Großhirn und tack, tack, tack. Schon bin ich wach. Dann schalten die Leute abends nicht ab. Auch ein kleines Abendgebet kann mal helfen. Einfach zur Ruhe kommen. Abends das Licht zu Hause ein bisschen. Nicht nur diese grellen LED-Lichter, sondern wirklich ein bisschen runterkommen. Vielleicht noch vorher ein bisschen sozusagen sich bewegen und so weiter. Einfach mal wirklich den Tagesrhythmus zulassen. Wir sind die einzigen Säugetiere, die sich selber vom Schlaf abhalten. Das macht kein Tier auf der Welt. Aber die Menschen sagen, komm, hier muss noch ein bisschen nacken. Man kann es auch übertreiben. Katzen verschlafen zwei Drittel ihres Lebens. Das wäre auch schade, oder? Ja. Musiker leben natürlich zu der Zeit, wo die anderen schlafen. Das ist natürlich auch wieder was anderes. Das ist sehr herrlich. Aber mittlerweile muss man sagen, viele Menschen haben Schlafprobleme. Und daraus resultieren ja gravierende andere Probleme. Psychisch wie körperlich. Und das ist schon wirklich ein großes Problem. Ich selber schlafe auch nicht besonders mit Alkohol. Wie ist denn Rotwein? Du empfiehlst Kirschsaft. Ja, Kirschsaft. Also eigentlich empfehle ich das, was hilft. Du kennst doch den alten Spruch in der Medizin, wer heilt gewinnt. Wenn du was hast, was bei dir funktioniert, was soll ich dir denn als Arzt dann sagen? Bei mir funktioniert Kirschsaft nicht. Aber Traumsaft. Aber Traumsaft. Der gute Rotwein. Na ja, also ich werde jetzt nicht den Fehler machen als Arzt im Fernsehen Alkohol empfehlen, aber ein Glas Wein am Tag ist völlig legitim. Ja. Ein Glas. Hier. Ach. Ja, keine Funktionen. Ja, genau. Eine Flasche ist natürlich auch ein Glas, aber ich triebe nur ein Weinglas. Als Privatpatient habe ich dann... Nein. Das ist ja eine Flasche. Genau. 2,3 fache Dosis. Ich glaube, du arbeitest ja in Schichten. Was ist das Schlimmste? Was ist deine schlimmste Schicht? Die schlimmsten Schichten sind in der ARD-Woche, wo wir sozusagen das Morgenmagazin bedienen müssen und dann vielleicht am nächsten Tag in die Nachtschicht. Das heißt, ich schaffe es quasi in einer Woche einmal um die Welt zu fliegen, Jetlag-mäßig, ohne die Umwelt dabei zu belasten, aber mag nicht. Das ist CO2-Footprint-1. Ein Platz in Hamburg, bist aber trotzdem völlig fertig. Voll durch, ja. Aber es hängt doch auch davon ab, ob man Nacht oder Tag, Mensch, das gibt es doch schon. Also Menschen, Eule und so weiter, klar. Ne, ist doch auch Quatsch. Ne, es gibt auch Quatsch. Nein, es gibt auch Quatsch. Aber die Frage ist... Am Tag fünfmal 90 Minuten soll helfen. Angela Merkel habe ich jetzt gehört, die schläft auch immer wieder kurz, dafür nachts nicht ganz so lang. Also wenn ich für mich rausfinde, was für mich funktioniert, ist ja alles wunderbar. Viele Menschen haben halt Probleme, die wachen nie erholt auf und machen alles mögliche tagsüber und richten den Arbeitsplatz ergonomisch ein. Dann gibt es irgendwie welche Sitzkissen fürs Auto und nehmen irgendwelche Tabletten und was nicht, anstatt am Schlaf zu arbeiten. Und das kann man wirklich mit ganz reinem Haus verstärken. Ich bin fasziniert vom Thema Schlaf. Also mein kleines Hobby, mein Hobby. Ach, Schlafen? Schlafen ist dein Hobby? Mich damit zu beschäftigen. Und es gibt eine... Es hängt ja auch von der Schlafqualität ab. Es gibt Leute, die trainieren luzides Träumen. Dieses, dass man permanent träumt und seinen Traum steuert. Das Problem ist aber, ich habe mal von einer Frau gehört, die gesagt hat, sie hat seit drei Jahren nicht mehr geschlafen. Und dann ging sie in ein Schlaflabor und dann stellte man fest, sie schläft jede Nacht fünf, sechs Stunden. Aber sie kommt nie in die Tiefschlafphase. Und sie ist immer in dieser REM-Phase, dieser Traumphase und erholt sich dadurch nie. Weil der erholsamen Schlaf ist nicht der Traumschlaf, sondern ist der Tiefschlaf. Und wenn man zum Beispiel eben fünf Stunden schläft, man ist aber fünf Stunden da unten, dann ist man natürlich auch relativ erholt. Man geht nicht durch diese Phasen. Phasen. Genau. Die Phasen sind ganz, ganz wichtig, weil das Immunsystem ohne Schlaf könnten wir gar nicht leben. Also es gibt Tierstudien, dass Tiere versterben, wenn sie dem Schlaf entzogen werden. Und das ist tatsächlich auch eine Foltermethode, eine sogenannte weiße Folter, weil man die Folgen ja nicht sieht. Es sind keine Narben, die man sieht. Aber es hinterlässt unfassbare Schäden, insbesondere bei den körpereigenen Abwehrkräften. Die fallen regelrecht zusammen und man stirbt an banalsten Infektionen. Also der Schlaf ist für uns ganz essentiell. Haben wir auch sehr schön mit Supersportlern bei uns in der Sendung dargestellt. Auf die wird dann geschossen mit einer Tenniskanone und die müssen dann alles verteidigen. Ah, es wird herrlich. Wir haben noch eine weitere Sache vorbereitet, denn du kannst uns einmal kurz zeigen, was Rauchen tatsächlich mit den Arterien und Venen macht. Ja. Würdest du dazu einmal da rüber gehen? Das ist schon alles da, wunderbar. Ich mach jetzt mal das, wir Ärzte tun ja immer so, als würden wir nicht rauchen, aber wer einmal hinten bei der Notaufnahme guckt, wo die Aschenbecher am vollsten sind. Und mittlerweile muss man sagen, der Assistent muss ja nicht mehr so hinterm Chefarzt hergehen. Früher war ja wirklich noch in die Hand gehalten. Also ich hab noch Kliniken erlebt, da wurde im Arztzimmer knallhart geraucht. Und wer da nicht mitraucht, der war raus. Also ich versuch das jetzt mal. Wie so ein Schuljunge. Du rauchst nicht, ne? Nein, ich rauch. Aber ich zeig jetzt mal was. Du hast ein bisschen Arzt, dann macht das Spaß. Du hast ein bisschen Arzt im Mund. Das ist ein richtig französisches Kino. Ja. So, pass auf. Guck mal, jetzt kommt mein Hexenkittel. Wir haben heute eine große Diskussion gehabt, dass das Düsseldorfer Modell ist. Es gibt auch das Eppendorfer Modell. Da sehe ich aber drin aus wie eine Frau. Conchita kann ich sie sehr empfehlen, das sieht sehr schick aus. So, jetzt bin ich Arzt. Und wir haben mitgebracht eine Arterie. So soll ja eigentlich ein Gefäß aussehen von innen. Richtig schön glatt und smooth, dass da die Blutzellen so richtig durchrutschen und so weiter und so fort. Und was Rauchen macht, das sieht man jetzt so schön, dass wirklich der Rauch selbst macht mit dem sogenannten Endothel, also der Auskleidung des Gefäßes, das. Also greift das an. Schmeiß ich mal weg. So. Komm mir vor wie Helmut schwitzt. So und dann ist es ja nicht nur das Rauchen. Jetzt kommt der hohe Blutzucker, der unsere Gefäße auch noch richtig, der unsere Gefäße auch noch richtig kaputt macht. Und dann kommt auch noch der Bluthochdruck und der macht dann das. Und was, lieber Hubertus, das ist jetzt für dich. Was viele dann falsch machen, ist natürlich, die denken dann, aha, aber ich esse ja so viel und mir geht es ja so gut. Jetzt kommt das böse Cholesterin, das wir nämlich nicht brauchen, das ist das Fett und damit repariert der Körper den ganzen Kladderadatsch. Und spachtelt das so richtig schön zu und sagt sich, boah, hier, guck mal, da wird schön alles fertig gemacht. Und das passiert in den Gefäßen überall. Das sind die leichten Schäden, die entstehen, die werden dann aufgespachtelt und dadurch entstehen diese Plaques. Das ist das, was unsere Gefäße dicht macht und was dann dafür sorgt, dass wir halt eben enge Gefäße haben und da kommt Schlaganfall, Herzinfarkt, irgendwelche anderen Gefäßverschlüsse und das bringt uns letzten Endes um. Ja. Also nicht rauchen. Nicht rauchen. Nicht rauchen. Das hast du uns sehr schön bildlich dargelegt und es gibt noch mehr lustige Experimente, die Dr. Wimmer in seiner Medizinsendung zeigt und wir gucken uns mal an, was da noch alles getestet wird. Was passiert eigentlich in unseren Wehen und wie kommt es zu einer Thrombose? Smoothies. In der Cola sind ungefähr 10 Würfelstück Zucker und im Smoothie etwa 13. Hier in diesem Wasser sind Bakterien drin und ich denke, komm schnell. So schüttelt man das irgendwie alles noch so ein bisschen weg und dann haben sie das Problem. Überall, wo sie jetzt diese Flecken sehen, da sind quasi noch die Bakterien und der Dreck vorhanden. Das ist ein absolutes Highlight. Das verrate ich jetzt nicht. In einer Sendung wird es tatsächlich sogar echte Organe geben. Echte Organe? Ja, um mal zu zeigen, was eigentlich im Körper passieren kann. Okay. Also wirklich, das ist enorm. Wir durften die vorbereiten und ich decke die dann auf und dann schaut man sich die mal an und da sieht man drei Vergleiche und sieht mal, was wir uns eigentlich selber zufügen. Was für Organe? Das ist jetzt schon wieder zu. Gefäße. Gefäße. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war in dieser Ausstellung damals Körperwelten und als ich da eine, also ich bin kein Raucher, aber ich dachte mir wäre ich jetzt Raucher und ich würde mir so eine Raucherlunge angucken, das sieht ja wirklich ekelhaft aus. Ja, aber damit wir dürfen jetzt mal den ganzen Rauchern nicht Unrecht tun. Rauchen ist eine anerkannte Suchtkrankheit. Ja. Das ist eben ein Problem, dass man vom Rauchen auch nicht so einfach loskommt und deswegen geht es nicht darum zu sagen böse, böse Raucher. Nein! Aber das ist zumindest was, was einen echt überzeugt. Ja, aber das gibt doch nicht. In so einer Vorführung, da hieß es, da war eine Lunge kohlrabenschwarz und braun und fleckig, das war die Lunge von einem Raucher. Und im Glas daneben war die Lunge von einem 25-jährigen Leistungssportler, der noch nie in seinem Leben geraucht hatte. Die sah natürlich anders aus. Aber dann hat einer gefragt aus der hinteren Reihe, wenn der 25-jährige Leistungssportler so gesund war und nie geraucht hat, was macht seine Lunge dann in diesem Glas? Das ist, vielen Dank, das ist das gute alte Helmut-Schmidt-Argument. Also diese Diskussion in Hamburg führt man die insbesondere Bar McWansbeck in der Ecke mit jedem Patienten, der sagt, mein Opa hat aber. Hat, genau. Und genauso fängt es an, natürlich kann ich vom Bus überfahren werden. Mir geht es ja auch gar nicht darum, ich möchte niemandem diktieren, was er zu tun hat. Es muss einfach nur eine bewusste Entscheidung sein. Ich muss wissen, wenn ich etwas mache, hat das eine gewisse Konsequenz. Und das wissen ja viele Menschen nicht, die verstehen gar nicht, was ist das eigentlich? Also zum Beispiel, es gibt so viele Themen, Impfen, Rauchen, Alkohol, Handy am Steuer und so weiter und so fort. Es gibt auch viele Dinge, natürlich, ich ernähre mich wunderbar und dann trifft mich der Blitz. Gibt es natürlich, aber es geht ja darum, dass ich für mich eine bewusste Entscheidung treffen kann und dann auch mit den Konsequenzen leben kann. Wir werden doch immer älter. Das Essen soll angeblich ungesünder sein und das Alkohol. Aber ich sehe nur Menschen, die immer älter werden. Also ich nicht. Ich werde nicht älter. Du wirst auch. Nein, natürlich. Es geht ja auch nicht darum, das Leben um jeden Preis mit Jahren zu füllen, sondern ich sehe auch, die Jahre mit Leben sind viel schöner. Ja, absolut. Also das geht ja auch dahin, dass man überlegt, wie möchte man eigentlich sein Leben beenden? Gesorgt. Also wenn ich mir überlege, ja oder wo möchte ich die Augen zu machen? Ist das zu Hause? Ist das wie viele Menschen ich in den Tod begleitet habe in der Notaufnahme? Wo man sich denkt, die gehören da gar nicht hin. Ich bin in den Rettungswagen reinmarschiert, habe die Angehörigen angerufen und gesagt, Sie sorgen jetzt dafür, dass im Altenheim jemand da ist. Ihr Vater, der gehört zurück. Der ist im Sterbeprozess. Der soll nicht hier in einem fensterlosen Zimmer sterben. Ich kann ihm gar nicht das bieten, was ein Mensch würde voll verdient hat. Also, wir freuen uns, so viel noch ein bisschen Klaus zu werden, als wir ja in den Wohnraum sind. Deswegen viel Spaß mit dem Medizinquist. Dr. Johannes Wimmer ist bei uns. Ich sag ja immer, ein Arzt gehört in jede Sendung. Also, ich habe den ganz großen Verdacht, dass eine glückliche Ehe gesund ist, weil unsere nächsten Gäste sind seit 1983 verheiratet. Also, es sind 33 Jahre, wenn ich richtig rechne, jetzt ein Ehepaar und sagen immer noch, das ist Ihr neues Programm, Hurra, wir lieben noch. In Anlehnung an Hurra, wir leben noch von Ernst Toller, glaube ich. Hurra, wir lieben noch. Begrüßen Sie, ich finde immer schön, wenn Ihr da seid, meine Damen und Herren, Margie Kinski und Bill Mockridge. Herzlichen Dank. Ihr lieben, ihr wunderbaren, ihr habt sechs Söhne, der letzte ist gerade ausgezogen. Ja. Wer von euch beiden hatte damit die größeren Probleme? Also, ich habe mich gefreut, da habe ich gesagt, so, jetzt haben wir endlich Platz und Zeit. Ja, ich habe mich eigentlich auch gefreut, aber ich saß dann zu Hause und habe gedacht, so, jetzt ist der Vater, die Vaterrolle ist irgendwie vorbei. Ja, kenn ich. Ja, der Erzieher ist so, was machst du jetzt da? Und ich hatte tatsächlich so ein paar Stunden, wo ich gedacht habe, genüge ich meine Frau oder kann ich noch Ehemann sein? Und dann kam ich die Treppe hoch, das war abends und dann hörte ich eine Stimme aus dem Schlafzimmer, hast du überall zugemacht? Ja. Und ich dachte, ja, nee, ich gehe nochmal runter und mache alles zu. Plötzlich wurde so der Bodyguard in mir wach. Und ich mache so an einem Fenster und er machte alles zu. Und ich habe so das Gefühl, ich habe so das Gefühl, ich brauche das. Man hat eine Funktion und man kommt ins Schlafzimmer und die Frau sagt, das hast du gut gemacht. Das ist schon mal ein guter Einstieg in die ganze Sache auf jeden Fall. Jetzt haben wir aber das Schafte, kaum ist der letzte Sohn weg, habt ihr eben ein Comedy-Programm geschrieben. Hurra, wir lieben noch. Und was erwartet uns? Also wir waren jetzt viele, viele Jahre alleine unterwegs. Marty hatte ihr Programm Erdbeer-Pudding und Kinds gehört los. Ich bin so wild nach deinem Erdbeer-Pudding, bin ich immer alleine gefahren. Und ich habe immer das Problem, mein Orientierungssinn ist eine Katastrophe. Ich bin zwar pünktlich dann irgendwie angekommen, aber ich habe es wahnsinnig schwer gefunden. Und das Navigationssystem, ich bin ja Italienerin und wenn so ein Navigationssystem dann immer sagt, demnächst rechts oder demnächst. Ich habe immer gesagt, was meinst du mit demnächst, jetzt oder gleich. Jedenfalls, ich hasse das und habe das immer schwer gefunden. Das war mein Problem. Ich war zwar da und... Ich war alleine unterwegs und ich kam immer an, ich war überpünktlich da immer. Gastspieleut, ich habe aber die Hälfte vergessen. So, dann haben wir gesagt, wir tun uns zusammen jetzt endlich nach so vielen Jahren und reisen jetzt gemeinsam. Jetzt haben wir unsere Ressourcen zusammengetan und jetzt sind wir immer zu spät und haben gar nichts gemacht. Schön, aber du bist so konzentriert. Wenn man so lange ein glückliches Paar ist oder ein tolles Paar ist, gibt es ein Geheimnis. Und das Geheimnis eurer Beziehung heißt es, jeder konnte zu jeder Zeit aus der Beziehung aussteigen. Was war aber da für die Bedingung? Ja, also es sind ja ganz viele, die immer, gerade in unserem Beruf, ich meine Schauspieler, Kabarettisten, du findest die geilsten Typen, du siehst tolle Leute und ist natürlich, denkst du, komm, lass die Tür auf, man muss offen sein für alles. Ja, Bill macht ja immer zu. Bill macht hier zu und schleppt die Klamotten jetzt. Ja, wir haben gesagt, also jeder kann zu jeder Zeit gehen, es gibt eine Bedingung. Wenn er gehen will, nehmt er die Kinder mit, die Schulden und die Oma. Und den Bund. Und der andere bleibt im Haus. Das hat sich nie gelungen bis jetzt. Aber wir haben eigentlich gesehen, also unser Motto ist, dass wir immer gesagt haben, tatsächlich, es kann was passieren. Ich weiß nicht, nach drei Jahren, wir gehen jetzt drei Jahre auf Tour, ich weiß nicht, ob wir nach drei Jahren immer noch zusammen sind. Also deswegen, es kann immer was passieren. Ich bin ja nicht, bin ja nicht blind und weiß, dass die Magie noch sehr attraktiv ist. Du auch. Ja, aber du auch. Du auch. Bill, also... Bill, das glaubt hier niemand. Aber wir haben immer gesagt, ein Fehltritt ist möglich, aber man muss den, was der Jan-Josef gesungen hat, die Entschuldigung, man muss eine Entschuldigung, man muss bereit sein zu entschuldigen, jemand vielleicht zurückzunehmen. Unser Motto heißt immer, was immer ist, das Licht bleibt an. Und die Tür bleibt auf. Es sei denn, sie ist zu Hause dann egal. Nein, nein, nein. Das Licht bleibt an, die Tür bleibt an. Nein. Nein, nein, nein… Man muss immer wieder den rück… Man muss eine Beziehung pflegen und da ist, glaube ich, Bill immer unterwegs gewesen. Das habe ich jedenfalls gelesen, er hat so Tipps und Tricks, wie man das Feuer einer Beziehung am Lodern hält. Und irgendwann hast du gelesen, dass es eine ratsame Empfehlung sein könnte, dass man den Partner völlig ohne Vorwarnung viermal am Tag umarmt. Ganz genau. Da habe ich sehr gesturzt. Ich habe gesagt, man ist jetzt kaputt. Wer hat das probiert? Ich habe sie morgens gelesen, man muss die Frau fünf Sekunden einfach umarmen. Dann kriegt man gleich Angst. Ich habe sie dann morgens um halb acht umarmt und sie hat gesagt, was ist los? Ich habe meinen Kaffee noch nicht gehabt. Und dann späte Mittags habe ich sie nochmal einfach von hinten. Ohne Kaffee, gar nichts. Also umarmt, kannst du völlig vergessen. Ja, es soll einfach diese Ähnlichkeit zeigen. Dann habe ich sie um zwölf Uhr nochmal umarmt und er hat gesagt, hast du was geraucht? Nein, ich will einfach dir zeigen, körperlich, dass ich dich liebe. Dann hat sie gesagt, bring doch den gelben Sack raus. So kannst du mir zeigen, das finde ich nicht. Aber das ist ja so. Wir sind wirklich von der Generation und das finde ich ganz wichtig, weil wir auch so lange zusammen sind. Wir machen kaputte Sachen wieder heile. Wir sind von der Generation, die versucht, wenn etwas nicht funktioniert oder etwas kaputt geht, dass man das wieder gleich wegklappt. Es gibt so viele Kinder jetzt, unsere Kinder sind nicht mehr klein. Aber du siehst wirklich, ich gucke mal zwischendurch, in der S-Bahn sitze und dann ist ein Kind am Spiel, sagt kaputt, weg. Und das machen wir nicht. Also das ist auch ein guter Rat, zu sagen, probier doch mal zu kitten, probier doch mal anders zu beleuchten und vielleicht klappt es dann nicht. Und das habt ihr gemacht, obwohl ihr gleichzeitig wisst, Bill, dass Margie ein anderes Gehirn hat, als du Margie weißt. Selbstverständlich. Wie würdest du Bill zunächst Margies Gehirn beschreiben, wenn es, also, ja. Es ist unfassbar, da ist einfach so viel los und so viel gleichzeitig. Ich meine, viele Frauen sind so, ich weiß schon, dass da so diese Multitasking da im Gehirn hat. Aber es ist wirklich, ich stelle mir das vor, so wie so eine Lichterkette nach Weihnachten. Da drin in ihr, da sind so 18 Kilometer Kabelsalat und alles ist miteinander verbunden. Da ist, also, der Hund ist verbunden mit der NDR Talkshow heute Abend, das ist verbunden mit der Oma, das ist verbunden mit den Kindern, mit dem Haus, mit dem Bofrostmann. Das läuft alles gleichzeitig. Und sie hat, also, deswegen, alles brennt und deswegen weiß ich, dass, weil alle diese Lichter zeigen, was, was falsch ist. Also, was, was, das brennt, weil sie sich an irgendwas erinnert, was ich gemacht habe. Also, ich habe vor vielen Jahren ein Kind an der Raststätte vergessen. Ja, habe ich ein ganzes, ein ganzes Programm drastgen. Bei sechs Söhnen kommt das mal vor. Aber dieses Licht leuchtet bis Helgo lang. Also, ich habe vor vielen Jahren auch beim Aufräumen, habe ich eine alte Handtasche von ihr auf den Sperrmüll geschmissen. Das war nicht Aufräumen, du wolltest ausmüllen, sagt ihr nicht. Ja, aber, und sie hat, ich habe das nicht, ich habe das Ende nicht gehört. Sie hat mich sowas von zusammengestaut. Und das war vor 17 Jahren. Heute, wenn ich irgendwas mache, sagt sie, wie konntest du die Blumen wegschmeißen, die hätten sie noch einen Tag lang getan. Mein Gott, genau so wie die Handtasche damals. Ich sage, das war vor 17 Jahren. Das vergesse ich nicht, das Licht brennt bei mir. Aber wie würdest du umgekehrt sein Hirn schreien? Sein Hirn ist für mich ganz klar wie ein langweiliges Amt. Ja, das ist ein Amt. Also, ich stelle mir das vor wie, ja, nein, aber es ist wirklich wahr. Ich habe so eine Fantasie, ich sehe ein Amt mit lauter Bürotüren und wenn ich sage irgendwie so, denk dran, Auto, Winterreifen, dann sehe ich den Bild, wie er ganz langsam Auto, okay, dann geht er in sein Amt. Das ist ein Flur und dann sucht er an jeder Tür, wo Auto ist. Da ist ja Auto, Schule, Kindergarten, Kinder, was weiß ich. Und dann findet er das Büro Auto, dann holt er ganz langsam seinen Schlüssel, er lässt sich immer Zeit. Das macht mich wahnsinnig. Und dann probiert er ganz langsam dieses Büro aufzumachen, dann steht er in dem Büro Auto und dann sucht er so, was war das, ADAC oder Flüssigkeit oder Neuöl oder Winterreifen. Dann kommt Winterreifen, dann wird das erledigt, dann wird das Büro wieder zugemacht, dann setzt sich der Bill in den Flur und wartet, bis das nächste kommt. Und ich sage dir, Hubertus, ich warte seit 33 Jahren auf den Tag der offenen Tür. Wenn man sechs Söhne hat, dann gibt es ja auch eine, das weiß ich aus eigener Erfahrung, eine Geheimsprache, damit die Söhne auch nicht in jeder Verabredung sozusagen beteiligt sind. Jetzt habt ihr so Formulierungen, die müsst ihr ein bisschen dechiffrieren. Eine Formulierung heißt, Köpke geht es schlecht. Köpke geht es schlecht, damals, ja. Das war ganz einfach, als die klein waren, wollten die natürlich immer Fernsehen gucken, Fernsehen gucken. Und als wir gesagt haben, hör mal, ist nicht, dann haben wir gesagt, hör mal, Köpke ist heute nicht so gut drauf. Der Tagesschau-Spräch. War für uns klar, war für uns klar, heute gibt es kein Fernsehen für die, fertig. Oder was viele mit kleinen Kindern kennen, das Kalte, lassen wir mal heute weg, das Eis heute. Miss Jones. Miss Jones, Miss Jones, Miss Jones war seine Grundschullehrerin. Ganz artig. Die war sehr eingebildet, die war, sie war, sie wusste immer alles besser und irgendwas. Und wenn manche und ich irgendjemanden treffen, so ein Party oder Empfang oder irgendwas, und das ist so eine besonders eingebildete Sache. Hast du gesehen, Miss Jones ist heute wieder da? Ja, Miss Jones, total. Abrogante Schnäpfe ist Miss Jones. Die Kneipe zu den vier Pfosten. Das ist ganz klar das Bett. Ach so. Eine Kneipe zu den vier Pfosten. Da habt ihr gesagt, wir müssen jetzt. Wir müssen, wir müssen los, wir müssen zu der Kneipe, wir haben Rendezvous in der Kneipe zu den vier Pfosten. Und wir müssen wirklich mal wieder Staubsaugen? Das kann sich jeder, oh oh oh, das kann sich jeder vorstellen. Ach, Staubsaugen ist erotisch, ist ein erotischer Mensch. Aber dass das mit euch mit Reinlichkeit besetzt ist, ist eigentlich nicht sehr, also, naja, egal, es geht nicht um die Sache. Als ihr euch kennengelernt habt, vor vielen, 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 vielen Jahren, hatte Bill eine Idee, du hast nicht in sein Heimatland Kanada einzuladen. Ja. Das finde ich eine wunderbare Idee. Natürlich, seine Heimat. Ich auch. Seine Heimat, ist auch ein wunderschönes Land. Sehr schönes Land. Aber wie hast du das erlebt? Es war sehr viel, sehr viel Gegend. Ich habe gedacht, was stellst du dir vor? Sehr viel Gegend, dieses Land hat so viel Gegend und ich habe mich sehr gefreut und dann hat er gesagt, komm, meine Familie kennenlernen, sind wir auch wunderbar, tolles Hotel, direkt neben der Shopping Mall. Da habe ich gedacht, der kennt mich schon, super, ich bin der Shopping Queen, toll, schönes Hotel und dann hat man ein Candlelight Dinner und dann hat er mir so eine Karte rüber geschoben, ganz süß. Und da war ein Kanu drauf, richtig? Genau. Ach, ein Kanu. Ein Kanu, ja. Und du hast kennengelernt. Ich habe gedacht, was soll die Scheiße mit dem Kanu. Was ist das? Ganz allein in einem Kanu, durch die Wildnis, Natur pur. Super. Ich kann nicht so verstehen, Bill. Wunderbar. Aber es ist schade, wenn eine Frau das so, wie man liebt, so gar nicht. Bei uns in Kanada ist es so, die jungen Leute machen eine Abenteuer, man lernt sich kennen und dann macht eine Abenteuer. In Extremsituationen. Ja, natürlich. Super lustig. Ich habe immer gesagt, das schweißt zusammen, das ist dieses berühmte Wir-Gefühl, das ist so auch wie diese klassischen Filme, Bonnie & Clyde oder Mad Max oder Thelma & Louise. Ja, aber das sind alle verreckt in den Filmen, also ich meine jetzt auch noch ehrlich. Aber die hatten ein Wir-Gefühl, die hatten ein Wir-Gefühl, das war ein starkes Wir-Gefühl. Und er hat angegeben, total Natur pur und bei dem Wort Natur, dann juckt es mich schon überall. Aber du bist doch Italienerin, ich meine, du kommst doch aus Italien, Lombardai, Toskana, Rom, ich sage nur Rom-Mitte. Rom-Mitte ist keine Natur, aber ich habe gedacht, aus der Nummer kommst du nicht raus, dann musst du mit. Hat dir denn Barcelona besser gefallen? Ihr wart 2008 in Barcelona? Das war sehr schön, Ostern, ich bin eine Kitschkuh, ich wollte wirklich diese Kreuze und die weinenden Madonnas und wunderbar. Und die Großen, ja, das werde ich nie vergessen, Barcelona, weil die Großen Jungs, wir haben ja drei Kleine und drei Große, also die drei Großen und die drei Kleinen. Und die drei Großen haben gesagt, wir bleiben zu Hause. Und ich habe gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Du warst resolut, glaube ich. Ich war sehr resolut und er, alter 68er, sagt, komm, die müssen es lernen, sonst das Leben wird es ihnen richten. Ich ahnte böse, das Leben wird es ihnen richten. Die haben, der Theo, unsere Nummer zwei, hat gesagt, wir laden ein paar Leute ein. Ich habe gesagt, wir bleiben bitte bei ein paar Leuten. Und ich habe ihn eingesagt. Und ich habe gesagt, solange es sind bei ein paar Leuten bleiben, zum Schluss waren 400 Leute da anscheinend. Nein, aber der ist ja... Türsteher da, Bodyguards. Aber wie habt ihr das denn rausbekommen? Wir haben das rausbekommen, weil Mütter kennen das, Mütter wissen das, ich rieche das, ich merke das sofort, wenn irgendwas nicht stimmt. Ich komme rein, und das ist ein Tipp für alle junge Mütter, du musst nur so gucken, wie der Boden gewischt ist. Wie siehst du? Ja. Weil ich habe eine Art zu wischen, wir haben einen italienischen Cotto-Boden zu Hause, und ich gucke so, und der war so rund. Es war wie Aliens, die da waren. Verstehe. Es waren so runde Sachen. Aber dass sie überhaupt gewischt haben, ist doch eine Sensation. Ja, die doch nicht, die haben sechs Mädels organisiert, die durften keine Fälle machen. Unmöglich. Und dann habe ich ja eine Sammlung von Krippenfiguren und Gipsfiguren und Madonnas, und ich bin sehr kitschig. Und ich habe einen Dreigestirn, das ist eine Madonna, Jesus, der Josef und das Kind dazwischen. Und der Josef stand 30 Jahre so in unserem Esszimmer. Ich habe es sofort gesehen, er war so. Es fehlten zwei Finger. Und die denken, wir sind bescheuert. Es fehlten zwei Finger. Es fehlten zwei Finger. Und ich habe erst mal den Boden gesehen und dann den Blick auf Josef. Josef steht so. Ich sage, scheiße, was ist da? Und nein, gar nichts, gar nichts. Was hat dieses Luder gemacht? Der hat mit einer Videokamera alles gefilmt, vorher, vor der Fete. Und dann hat er den Film abspielen lassen und hatte zehn Kumpels und hat nach dem Videofilm alles wieder hingestellt, hat aber nicht gemerkt, dass der Josef plötzlich so war und nicht so. Und deshalb, dann habe ich das gemerkt. Aber wobei Josef ja optimistisch war. Ich hatte so einen Hals. Ich bin nicht der Vater, aber das Kind ist super. Hattest du mit deiner Frau, Anna, auch Geheimcodes, was Kinder angeht? Ja. Ja, hat man alle. Auch so Formulierung. Wir haben so Codes dafür, wenn wir anfangen, auseinander zu driften, obwohl wir doch eine Phalanx bilden sollten. Wir sollten uns eigentlich einig sein und merken aber gerade, wir driften auseinander, was bei uns vorkommt. Und dafür gibt es so, ich habe es hier aber gerade vergessen. Ich weiß nicht, aber das war schlecht. Nicht verraten, wenn deine guten Kinder zugucken, dann haben sie ja nichts. Eine wichtige Frage zum Schluss, ihr beiden, ist, ihr Lieben, ist, wenn es Streit gibt in eurer Ehe, und den gibt es ja auch, wie ist die Architektur dieses Streites? Wie streitet ihr euch? Wer hat vor allen Dingen Recht? Ich habe immer Recht. Okay. Natürlich, Frauen haben immer Recht. Also ich bin überzeugt, ich habe immer Recht, weil wenn ich ihm Recht gebe, habe ich keins mehr. Also sie ist wahnsinnig rechthaberig und mich macht das wirklich verrückt. Weil sie kann nicht sagen, nein, du hast Recht. Ich sage, das ist nicht mehr, wir hatten vor zwei, drei Jahren hatten wir eine Situation, ich stand in der Küche, hat ein Brot geschmiert und sage, dieser banalen Satz ist immer interessant, also wie das Brot, auf welche Seite es wäre. Sie sagt, fällt immer auf die beschmierte Seite, immer, immer. Ich habe gesagt, das gibt es nicht, kann nicht immer. Es muss 50-50 sein, es muss, und dann hat sie gesagt, ja, lass mal dein Brot fallen. Jetzt fiel auf die beschmierte Seite nach oben und ich sage, guck mal, und sie sagt, ja, du hast die falsche Seite beschmiert. Richtig. Das war eine wunderbare Sendung, wir haben in zwei Wochen, vielen Dank, dass Sie unser Gast waren, in zwei Wochen haben wir Veronika Ferris, Achselpral, Moritz Bleibkoy, Edgar Selne und Peter Wohleben, unser Förster, unser Bestseller-Autor. Ganz genau, da freuen wir uns schon drauf. Und jetzt könnt ihr einfach direkt dranbleiben, denn jetzt gibt es nochmal die Höhepunkte des Deutschen Radiopreises von gestern Abend. Und da gab es viele, wenn ihr anders uns übersteht, dann aber wird da sein und viele andere Stars. Also, gute Nacht und vielen Dank an die Gäste. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.